Es ist ja wieder typisch. Ach komm. Ich will hier alles verschieben, aber unten ist ein Buch. Und ich heb es so an und es bleibt einfach an Ort und Stelle. Also dieses Kabel von der Playstation Cam ist also wirklich spitze, muss ich sagen, 1A, ist so gut, ist so gut, ich glaube es ist gut, ja sollte, sollte funktionieren, Leute, ich glaube ich habe noch nicht gekostet. Ich nehme an, der ist Greenloid. Leute, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel, ich hoffe, allen geht es gut, ich hoffe, alle haben bis jetzt einen schönen Tag gehabt oder generell eine schöne Zeit, spielt ja eh keine Rolle auf YouTube. Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ja, wir haben gestern, wir haben gestern wirklich die Hauptstoy endlich vorangetrieben, oh mein Gott. Ey, ich habe mich schon gefangen gefühlt. Wir hatten gestern, wir hatten einfach nichts mehr zu erledigen, wir hatten sogar hier die andere Bootstätte gemacht. Und jetzt haben wir sogar die hier, jetzt haben wir Tau und Mu. Mu ist absolut der OG, wenn es darum geht. Wir haben hier noch, ja, ein unbekanntes Zeug, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob wir hier hingehen wollen, weil ja der Donnerkiefer ist direkt dort. Oh Gott, ey, das lassen wir für später. Wir haben hier sogar die Drohne noch gestern gemacht, gegen Ende. Äh, hier, sorry. Das haben wir abgeschlossen, jetzt fehlen einfach nur noch die Barrikaden, aber ich hoffe jetzt mal, durch das, dass wir die Hauptstoy weitermachen, dass es endlich, endlich mal, ja, zu einem neuen Werkzeug geht. Okay, es hat gepostet. Okay, sehr gut. Äh, ja, ich mache auf Stumm, tut mir leid. In letzter Zeit ist es auch übelst laut geworden, ich weiß nicht warum, ob es irgendein Update war, weil plötzlich war es übelst laut und ich habe es nicht umgestellt. Das ist eben noch das Absurde. Mal gewartet kurz. Also ich nehme an, der Stream läuft. Also ich nehme an, der Stream läuft. Okay, wir haben die Bestätigung schon bekommen, okay. Ähm, okay. Gut. Fangen wir an, gehen wir noch mehr in den Westen. Wir haben jetzt wirklich lange dort in Niemandsland verfracht. Jetzt gehen wir endlich in Tenakt-Gebiet. Let's go. Sorry, noch bevor, ist, die ist immer noch passiert, okay. Ja, let's go. Ey, das, das war eine übelste Überraschung, was wir hier freigeschalten haben, dass wir hier so eine eigene Basis bekommen haben. Das ist sehr unexpected gewesen. Ich hätte nicht erwartet, dass sowas kommt. Generell, das Spiel steckt übelst voller Überraschung. Ich habe schon gestern gesagt, gestern war irgendwie der zwölfte Stream oder so, oder der elfte. Ich komme nicht mehr aus dem Staunen raus. Es ist insane. Also, die haben hier so viel Input gebracht. Also, ich war gestern einfach sprachlos, aber auch wütend. Also, ich muss sagen, der Ultraschwermodus ist einfach... Bleibt sie hier? Also, jetzt mal Spaß beiseite. Der Ultraschwermodus. Es ist schon herausfordernd, aber es ist auch... Es fuckt einen richtig ab. Und ich sag's euch, ihr werdet sehr viele Rages sehen. Es tut mir auch leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich werde es durchziehen. Und wenn wir das Spiel abgeschlossen haben, kann ich sagen, ey, Leute. Ich habe sogar auf Ultraschwer durchgezogen. Sogar First Tribe. Also, First Tribe, the first playthrough, meine ich. Oh, Mann. Das ist richtig. Also, jetzt no joke. Die Mechanik und so ist alles eigentlich... Es ist im Prinzip das Gleiche. Einigermaßen. Aber es hat schon ein paar Anpassungen. gegeben. Vor allem die Hitboxen. Es ist halt schon detaillierter geworden. Aber es ist halt... Es ist alles nicht. Ich kann ja nicht schauen, mich immer zu sehen. Okay, sie kommt trotzdem mit. Warte, warte. Ich muss schnell schauen, ob ich mich mal hier treffe. Ah ja, okay. Sieht gut aus. Let's go. Ich muss weiter nach Westen. Ich sammle mehr von Galas Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier fahren. Gaia empfiehlt euch an das Neue. Ich kann nicht probieren. Das ist doch... Training. Das ist übelst cool. Das wird richtig cool. Wegen dem, es hat so viel Platz. Alle Leute kommen dann hierhin. Okay, jetzt. Einmal zu wissen. Wenn du schon dort bist, schau in Steinhai bei Mie hoch vorbei. Du sollt Alana sagen, dass ich einen Weg über die Berge gefunden habe. Okay. Das ist super. Ich weiß nicht, aber hoffentlich habe ich dann einen von Gaias Komponenten. Vorsicht da draußen. Sogar im Rheinklang wirken die davon, dass die T-Napfen der stillen Maschinen und jetzt wie Gala leiten. Macht euch keine Sorgen. Ich komme nach. Okay, ja. Okay. Okay. Was ist jetzt? Es kommt ein Ladebildschirm. Hä? Okay. Okay, warum nicht? Stufe 20 erreicht. Was? Das ist aber auch schon in Stein. Die Mission war ab 15, glaube ich. Und wir mussten wirklich bis 19 gehen. Damit wir irgendwie eine Chance hatten. Ich bin froh. Wir haben aber sehr viel Erfahrung bekommen. Ich bin richtig froh. Haben wir jetzt dieses Gebiet erreicht? Da ist schon Aether. Okay, es ist gar nicht so weit weg. Finde ich jetzt. Achso, irgendwas war die Rede, dass Poseidon irgendwie hier ist. Es könnte auch sein, dass er hier ist. Sehr im Süden. Gründen Echsen. Gänsefeder. Das ist für den Bogen oder so. Ah, da ist... Ja. Ja, okay. Es sind relativ nahe. Okay, es sieht nahe aus. Aber es ist trotzdem eigentlich... Diese Strecke hier ist eigentlich... Fast diese Strecke hier. Es ist schon eine Weile, aber es geht. Außer es sind jetzt tausend Berge im Weg. Wir können auch mal zum Langhals gehen, dass wir hier ein bisschen aufgedeckt... Ja, zwar ist es ja nicht mehr gleich aufgedeckt. Es hat schon übelst weit. Jetzt ein Lagerfeuer hinpasst. What the... Was? Habt ihr es gerade gesehen? War auch bei euch Black Screen? Ja, bei euch war auch Black Screen. Hä? Was war alles? Oh. Oh. Okay. Ja. Okay, das ist cool, dass es nicht immer gleich ist. Ich glaube, es ist ein Lager. Na dann. Falls die Himmel schnell schützt. In mir ist eine Alkentrink auf die Maschine ein. Ich habe oft versucht, weiter hinein zu gelangen. Aber er ist ganz wichtig. Was auch immer die 10 da drin. Und er ist bestimmt. Danke fürs Bescheid sagen. Trocken Sehnsucht. Ja, das ist toll, ne? Wo ist der? Wie bis nahe eigentlich? Was ist das? Maschinenrennen? Oh, der F... Und hier ist unbekanntes Feuerdornrücken-Areal. Schauen wir mal den Bogen an. Schock-Bolzenschießer. Okay, Flughorn und... Ja, okay. Frostbollen, Kriegerbogen. Das ist natürlich auch cool. Wir haben jetzt einen mit... Schock und Säure. Und das wäre dann... Frost und Säure. Also je nachdem. Aber... Frost haben wir jetzt gerade. Ja, wir haben hier oben Frost. Feuer ist das einzige, was uns eigentlich gerade fehlt. Aber da sind wir jetzt zum Glück endlich in dem Gebiet, wo es möglich ist. Aber... Jetzt... Jetzt noch Joke. Ist nur einer? Da ist der andere. Also... Also wir könnten sie sogar benutzen. Wie das auch klingt. Sie gerade abhauen. Loll. Weißt du? Gute Ausgewicht, ne? Scheiße. Ja, man. Sehr gut. Komm schon, Flughorn. Jetzt. Nein. Ja, man. Sehr gut. Munition leer. Scheiße. Nein. Okay, gut. Die Reichweite dort ist noch gut. Nein, jetzt schon nicht, ne? Die haben sicher viel Leben. Und dass die auch nichts machen. Wir sind so an einem guten Spot. Sozusagen. Ach komm. Ach komm. Sehr gut. Mit dem anderen Kollegen von ihm, wie der Bart ist. Ähm. Scheiße. Okay, er fängt schon an zu funken. Ich muss probieren. Hä? Der ist in... Okay. Ich muss probieren. Das schaffen wir. Die Stoßzähne ist, glaube ich, das, was am seltensten ist. Von denen. Oh. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt können wir es dann wirklich noch reiten. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Was? Yo. Yo. Ja, ist egal. Okay. Jetzt haben wir aber ein starkes Reiz. Holy shit. Holy shit. Okay. Beschweren kann man sich da eher wenig. Wir können schnell speichern gehen, weil ich will das nicht nochmal. Und nochmal antun. Wo ist eigentlich der andere nochmal? Ist ja auch hier irgendwo. Das ist hier oben. Oh, das ist ultra cool. Kann er euch tüpfen? Ach komm jetzt. Jetzt wegen... Wegen dem ist es hier versperrt. Das ist nicht mein Ernst. Wir kommen jetzt nicht nach oben wegen dem. Oh, danke. Oh, danke. Absoluter G. Ich probiere mal, dass es automatisch geht. Die hat schon wieder ein Gerücht für uns. Ja, aber es geht. Wir kommen einfach mit dem so zurück. Ultra cool. Vor allem, wer bleibt dann auch? Und weil gestern Gaia ja gesagt hat, dass man irgendwie die Überbrückung verbessern kann, habe ich auch sehr große Zuversicht. Okay, läuft einfach herum. Was macht der? Okay, macht einfach irgendwas. Ey, ich hafte nichts, wenn er irgendwas anrichtet. der Geschmack des Sieges. Wie Salz... wo es Salzbiss ok Salzbiss ist da oben dauert noch eine Weile gehen wir jetzt mal dieses Maschinenrennen anschauen warte, habe ich jetzt gespeichert? boah, ich komme ja gegen dem hier hin so let's go jetzt müssen wir wieder runterkommen das ist das übler bitte flieg nicht runter weil der ist jetzt wieder da holy shit ok, ja so kann man es auch machen ok ok wir sind schneller vielleicht uff aber wir werden es heilen oh oh ich dachte es wären nette Leute hier ich habe mich wieder getäuscht war nicht irgendwo gerade ein Feuer? ah hier hier wäre noch ein Unterschlupf gewesen ich bin verwirrt alles im Rebellenlager dort ich habe mich wieder getäuscht rede mit dem Maschinenreiter was macht mein also gibt es jetzt Maschinenrennen oh nein, das wird ätzend ich sehe schon ich sehe schon du hast doch keinen Achtung du hast doch keinen Achtung ja ihr haltet Maschinen wer hat euch das beigebracht? hey, Tuch hier ist wohl jemand lebensmüde hier sind wir die Haare he 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 hat sich da immer mit der Wüste verrät? oh nein was sagen die Ostländer uns doch gleich nochmal nah ach ja was wir Blut trinken stimmt gleich tun wir uns dann versuchts doch nur das du uns hättest aldrich cool jetzt geh wir wollen nichts mit dir zu tun haben fremde wir hatten alle unseren Schloss die Straße ist da vorne wo ist mein Fahr die geblöten Regaler aber ihr wollt nicht die Verweigerer ja sagen wir wo habt ihr die Maschinen wer bei uns etwas will Wer ist das denn? Yo, Dude, was geht? Ist das der Chief? Das wird der Hammer. Was ist mit ihm? Jetzt kommt so eine übelst hohe Stimme. Hallo, was up? Okay. Das war jetzt auch mal interessant. Okay, du bleibst dort hinten. What the fuck? Ist das denn? LOL. Was? Warte kurz. Kann der einfach Dings produzieren? Der kann Metallscherben produzieren. Alter, richtig cooles Ding. Okay, er hat sich schon jetzt gelohnt, so einen Dornrücken zu holen. Vor allem, es ist ein Feuerdornrücken. Okay, das geht sogar. Ich bin einfach draufgekriegt. Ja, Mann. Es hat ein bisschen auch Feeling, also so die Maschinen zu reiten. So wie von Avatar-Aufbruch nach Pandora mit den ganzen Tieren. Dort sind es einfach keine Maschinen. Oh. Vor uns ist es auch noch ein verwüßter Areal, wie es aussieht. Genau hier. Ah, dort, wo die Ruinen sind. Natürlich. Macht ja Sinn. Okay, jetzt go. Gut. Setz ihn ein, wenn du gewinnen willst. Gegen die anderen Teilnehmer. Wenn nicht, du siehst. Wir gehen aufs Ganze, wenn wir die Rennstrecke betreten. So los. Was, kannst du, was? Kannst ein Testlauf machen, wenn du magst. Sag Bescheid, wenn du ernst machen willst. Warte, was? Man kann, okay, okay, das hätte ich nicht. Okay, das wäre jetzt cool. Ich bin soweit. Ich werde die anderen so richtig sabotieren, wenn das ja üblich ist. Warum nicht? Es ist sogar Tag. Das finde ich sehr cool. Let's go, Mario Kart. Holy shit, was ist mit denen los? Man kann, man hat nur 5. Fuck. Fuck. Ich hole dich von den Beinen. Ich hole eine Position. Ah, was? Ah, lol. Man kann wirklich Pfeil aufheben. Ist das dein Ernst? Ah, mit Dreieck. Okay. Boah, ist das cool. Let's go. Überraschung. Was? Ich hab doch aufgehoben. Ah, jetzt. Tschüss. Hop, 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 hop. Ich bin doch gleichzeitig am Rauchen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ah, das ist nicht der Ernst. Ja, Mann. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir sind vorne. Okay, 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 okay. Ich muss abäschern. Bitte, ich will erster. Ja, Mann. Ja, Mann. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ah. Ah, fuck. Schon. Ey, wie lange ist das? Ah, wir sind oben die Leiste. Oh, mein Gott. Ja, dauert noch ein bisschen. Komm, 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 komm. Bitte. Er ist völlig reingelaufen. Reingelaufen. Ja, oh mein Gott. Wie knapp. Holy shit. Holy shit. First try. First try. Boom. Oh mein Gott. Knapp anders. Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott. Das war richtig nice. Mario Kart einfach. Aber ich hoffe, es gibt sie jetzt nicht überall. Bitte. Warum sagst du das? Er hat noch kein Rennen verloren. Wer erhebeflieben, hättest du keine Antworten bekommen. Ja. Könnte sein. Weißt du, jetzt hat eine neue Rennstrecke ganz am Ende des Tieflandgebiets entdeckt. Direkt am Strand. Wenn du dorthin gehst, ist vielleicht ein Platz für dich frei. Falls ich mal dort bin, komm. Okay, es gibt noch eines irgendwie am Strand. Gehst du zum Rennen hier? Okay. Wir brauchen nur noch ein Brüllrückenbeutelgewebe. Unbekannte Position. Okay, wir haben zwei Silberwaren bekommen. Zwei Fertigkeitspunkte. Ist das jetzt schon komplett? Es ist schon abgeschlossen. Ja, Mann. Ey. Solange, dass wir das irgendwie first try machen, bin ich happy. Okay. Okay, hier ist eine Mission. Ich weiß jetzt nicht ganz. Also hier ist eine Ruine. Aber bei Ruin geht's no joke. Ich habe immer so ein bisschen Probleme. Weil wir gehen schlussendlich in eine Ruine rein. Und dann sehen wir, oh fuck. Hier ist irgendein Hindernis. Wir kommen nicht weiter. Und dann GG. Warte, habe ich jetzt durch die Rennstrecke hier? Ah, wegen der... Wir sind wahrscheinlich hier überall. Ja, okay. Wir haben überall schon ein Lagerfeuer freigeschaltet. Cool. Okay, das ist nice. Jetzt haben wir schnell ein bisschen Landschaft aufgedeckt. Der Unterschlupf hier auch. Wir können eigentlich schon hierhin reißen. Wegen dem ist auch hier die Mission. Ähm... Ja, eigentlich... Ist unser Dornrücken noch hier? Komm schon. Gib mir ein paar Tipps. Ich mach das nach Instinct. Ich helfe, wenn deiner schlechter ist als meiner. Yo, Dude. Was geht? Also ich mag den Dornrücken. Ist richtig nice. Ah, da oben wahrscheinlich ja bei dieser Feste. Ist einfach gigantisch. Oh, shit. Hallo. Ich glaube, ich parkiere den. Oh, wie sie abspringt. Jungs. Vielleicht komm... Vielleicht komm ich gar noch nicht rein. Das kann doch gut sein. Keinen Schritt weiter. Geht in Nacht dulden. Keine Fremden in den Clan landen. Ich habe Transitrecht von Marschall verscharft. Ich will nicht kämpfen. Das ist die Kriegerin, die vorher verliebt hat. Teil der Verräterin Lebella. Es hat gut nicht mal nachzutönen. Du darfst einstüren. Aber wenn... Ja, safe. Bis jetzt haben wir keinen Stamm irgendwie vernichten wollen. Wir wollen nur nach Westen. Was ist so schwer daran? Pfeilhand. Pfeilhand? Wir wollen nur... Ich will nur Unreal Tournament spielen. So plötzlich ist das Low-Mein einfach... Hallo, Draka. Oh. Pfeilhand. Was oder? K Tut. Kein Roll-Mein. Egal was streiten. Wer gehörte zu uns? Ich heiße Ellbeier. Und bin nicht auf Erdhaus. Oh. Vielleicht konnten wir aber Herrger warten. Und da eine Leute, da sind alle Erdhausen oder große Erdbeerl. Wir versammeln die Herzen. Schicken sie in die Hauptstadt. Wir haben das Outside. Das Regie ist sehr schnitt. Tödlich, wie Schienen verteidigen wir Herd. Letzte Angriff kamen zu mir. Oh Gott, die Herde? Ah, ja, ja, ähm, 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 äh, Donnerkief? Ja, habe ich es richtig gehört? Ich glaube, wir haben irgendwie noch irgendwas im Ofen. Wir müssen auch schnell irgendwie zurück. Oh mein Gott. Die Kommandantin. Das würdest du deine Kommandantin nicht hören? Und in der Wüste zum Beispiel muss man diszipliniert sein. Also mag sie recht im Partner an der Hand. Aber du nicht. Aber auch was nicht. Das ist der Friedsverleiter. Muss deritiert sein. Der Kaplan. Ich dachte, ich habe Plan genannt. Was heißt das? Es heißt, dass ich mit zwei Jungen und Brüdern viel schlaffiger überleben kann. Besser mehr. Verrate ich den Wüste. Die Kollegen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten. Auf dem Verbrüßchen vorhanden. Wie einfach Regalas Streiter. Wie einfach Regalas Streiter, oder? Wer gehört das für uns? Genau wie Regal. Wie stolz ist es uns? Warum reiten sie ihre eigenen Welt an? Sie fühlt sich hintergangen. Regalas war legendär entlang. Furchtlos und unachtlich. Marschallin für den Kaplan. Häuptling aller den Nacht. Sein Fleisch geworben. Und was war dann? Dann war der Kajakönig entfliegt. Hecaro stieg zu. Regalas wollte bezahlen. Die treuen Tagen der Kajar entsprach. Ein Tenaktreich, das bis in den Osten reichte. Also hat sich Hecaros Entscheidung angefangen. Er hatte keine Wahl. Musste gegen sie kämpfen. Hecaro gewinnt. Sie hätte durch seine Hand sterben sollen. Er ließ sie am Leben. Für einen Tenakt. Ich muss sie leider eine bittere Bindung. Jetzt sind sie waschen und bereit. Marschallin für die Kette. Können wir ihre Lager in der Wüste vielleicht nicht länger in der Kette. Niemand aus dem Wüste kann. Wir haben unsere Lager. Das ist eine Sache zwischen Kalle und der Kalle. Oder der Hauptkling. Oder er setzt sich durch. Oder er macht. Er macht einen Klassiker in der Ecke. Das ist der Wüste. Das ist der Wüste. So ist die Wüste. Wir gehen schön alle Banditenlager komplett wegmachen. die rechten Maschinen zu ernten. Dann würde ich selbst das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich war's. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten um die Posten. Wir treffen uns dort. Und ich muss mich zuerst noch um etwas kümmern. Ich bin froh. Ich warte am Außenposten für lange nicht dran. Mögen dich die Zehn beschützen. Und ich warte auf deine Rückhaltung. Die Zehn? Die Zenith? Äh. Also das war gestern übelste Plot. Du hast, dass die von Zenith kommen und nicht. Ich dachte als erstes ist es mit einem Menschen. Oh nein. Oh nein. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Hier hat es noch zwei unbekannte Sachen. Okay. Hier hat es noch Kräuterkenner. Oh Mann ey. Ah. Okay. Das ist sowas. Rede doch mit dir. Warum dauert es manchmal so lange? Ankerseilwerfer. Und durchdringend der Häckslerhandschuh. Ja. Das ist ja übelst cool. Ey. Einfach. Auch noch Elektro. Das ist ja übelst nice. Aber äh. Wir können es uns noch nicht leisten. Beziehungsweise wir haben auch noch nicht. Äh. Dementsprechend. Die Mitte dafür. Das zu kaufen. Oh. Oh. 314. War gar nicht mal so schlecht. Hä? Ich finde es auch cool, dass es direkt anzeigt, was man gut verkaufen kann. Was so als Verkaufsgegenstand gewertet wird. Die Ausrüstung ist noch gut. Sonnenflügel. Primärnerv. Und Rollrücken. Hammerschweiz. Rollrücken haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Ja. Hier brauchen wir Sonnenflügel. Kleiner Maschinenkern. Ja. Hier. Das würde eigentlich gehen. Dann hätten wir das voll. Dann hätten wir sogar alle grünen Rüstungen mal voll. Und dann würden wahrscheinlich ganz viele jetzt blaue Rüstungen folgen. Hier fehlt Schnappmaulbeutelgewebe. Das ist das einzige, was uns noch fehlt. Mittlere Maschinenkerne haben wir gestern zum Glück sehr viele gesammelt. Aber die Rüstung ist auch schlussendlich fast am besten. Wir haben Feuerresistenz. Was sehr gut. Das hat uns wahrscheinlich gestern geholfen. Löschwasserresistenz. Was das einzige ist, ist minus 5. Also jetzt haben wir noch minus 10. Aber gegen Ende minus 5. Frost. Das ist halt. Ja, wir sind halt ein bisschen anfälliger gegen Frost. Aber das Wichtigste ist Nahkampf und Stoß. Bei Nahkampf. So viele Gegner kommen auch einfach mit Ram Attacken. Wo man denkt. Alter, komm nicht zu nah. Und dann ist man schon dead. Also man kann. Man kann meistens gar nicht so richtig. Das abwehren. Und hier brauchen wir noch zu viele Ressourcen, die wir noch nicht haben. Also Sonnenflügel vor allem. Ja, Sonnenflügel ist die ganze Zeit. Das ist wie ein roter Faden hier. Aber es hat eine übelst gute Feuerresistenz. 42, oha. Das wäre halt schon cool. Aber es ist auch mehr so eine Schleichrüstung, wie es aussieht. Wisst ihr was? Wir machen das schon davon. Ich hoffe, man bekommt auch so eine Falsch-Sanit-Ausrüstung. Das wäre übelst cool. So gegen Ende. So ein bisschen futuristisch. Okay. Der Hexag können wir nur einmal. Also ganz ehrlich, die grünen Waffen. Ich lasse die noch ein bisschen. Der hier wollen wir unbedingt. Lanzenhorn, Bohrhorn haben jetzt. Okay, wir brauchen vom Brüllrücken einfach alles. So wie es aussieht. Schnapp mal und Brüllrücken. Wenn ich irgendeines von diesen Dingern in der Wildnis sehe, wir gehen direkt Angriff. Und dann da ich direkt. Ich sehe schon jetzt. Wir haben auch sechs Fertigkeiten. Warte. Woher kommt die manchmal? Ähm. Ja. Unbedingt. Was ist jetzt hier? Stärke deine Entschlossenheit und verursache für eine bestimmte Anzahl von Schüssen mehr Schaden mit Bögen und Bolze. Warte kurz, ist das nicht das Gleiche? Hä? Okay. Fernkampfwaffen Schaden plus 45% wiederhergestellte Gesundheit. Okay. Das ist natürlich übelst cool. Das wusste ich gar nicht. Anzahl Power Schüssen. Vier. Aha. Ach so. Boah. Yo. Plus 170% mehr Schaden. Aber dann muss ich treffe vier daneben. Also wegen dem. Ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwie hinbekomme. Konzentrationsrückgewinn pro Treffer. Das sieht halt schon übelst mächtig aus. Ist. Okay, das braucht drei. Erhöht deine Waffen aus Dauerlimit. Bau Mut schneller auf. Erhöht. Ja, das können wir eh noch nicht. Aber was hier. Ja. Aber was hier. Macht das Sinn eigentlich? Weil ich frag mich jetzt gerade wirklich. Ja, okay. Wenn es spezielle Munition gibt, dann ist es wahrscheinlich schon vier. Okay, komm. Ich mach's jetzt mal. So. Ah, das kostet drei. Okay. Ich glaube, wir gehen jetzt hier hin. Was ist das? Mehre dich an Gegner mit einem schnellen Schlag. Kann auch genutzt werden, um Kombos zu verbinden oder zu unterbrechen. Okay, das ist natürlich cool. Wuchtangriffe verursachen mehr Schaden. Dann, energetisiere deinen Speer schneller. Ich glaube, ich nehm den. Das ist alles für den Kriegerbogen, glaube ich. Ja. Was haben wir hier? Stell Gesundheit automatisch wieder her, wenn du in deinem kritischen Zustand. Gesundheitstränke bieten mehr Heilung. Neuer Tränke, Bullshit. Heilende Beere bewirken mehr und schnellere Heilung. Shut up and take my money einfach. So, for my money. Let's go. Let's go. Haben wir irgendwo ein Lagerfeuer? Ich will das nicht nochmal alles machen. Also kurz. Okay, eines hat es hier drin. Das ist oben. Einfach nicht, dass ich es nochmal machen muss. Okay, irgendwo ist jetzt das andere Frage. Ah, okay, gut, wir haben es. Ah, ist ein Koch. Cool. Also Körbe, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das sehr gut ist. Aber es geht halt auch schnell vorbei. Öh, Maschinen schaden und 24, 4,5 Minuten. Also man könnte es, man könnte es jetzt nicht mal irgendwie kaufen und dann so vorbereitet in den Kampf gehen. Man hat gar keine Zeit dafür. Außer man kann es dann selber einsetzen. Aber ich glaube, letztes Mal ist es ja direkt losgegangen. Glaube ich. Hey, heute ist übrigens der heiße Tag bei uns. Morgen wird es noch heißer. Zum Glück ist es hier ein bisschen Kür bei mir. WTF? Zu viel Kohlensäure. Das passiert jedes Mal. Cola hat einfach, ich glaube, Cola hat noch zu viel Kohlensäure. Ich mache ein Röhrchen rein. Sie. Und dann höre ich auf zu trinken. Kommt Schaum. Es ist wie eine Schaumfonteine. Muss man halt vorbereitet sein. Aber beim ersten Mal. Ich denke mal, WTF? Stachelschnauzen. Okay. Okay, hier ist der Außenposten von Draka. Ich glaube, wir gehen jetzt hier schnell rüber, dass wir das auch schon aufgedeckt haben. Vielleicht können wir ja schon Rebellen außenposten machen. Nein, nein, wir machen jetzt den langen Hals und dann gehen wir hier so nach und nach. Ja. Okay. Let's go. War eine nette Siedlung. Haben auch nichts verpasst. Sorry. Ich schaue jedes Mal ins Menü. Ich bin wieder ein Menü-Simulator-Spiel. Ja, wie der wieder überall Metallschirmen platziert hat. Sogar ein Eisenbarren. Was? Okay, das hätte ich nichts erwartet. Hier oben war, glaube ich, auch noch. Wie hat er das hier hingebracht? Aber cool. Da unten hat sie auch noch. Einfach hier überall Zeuge liegen lassen. Das darf nicht wahr sein. Okay, da oben ist es. Da ist auch wieder ein Feuer-Dorn-Rick. Das hat schon ein Gefühl, wie alle so verschiedene Attacken haben. Das ist ein Feeling wie bei Ark. Ark haben ja auch jeder Dino hat eine andere Fähigkeit und so. Ich sehe ihn was. Okay, gut. Und wie er hier einfach reinkommt. Das ist so süßig. Okay. Ja, wir gehen jetzt den Weg entlang. Das ist zu cool einfach. Die ganze Landschaft. Also jetzt sind wir wirklich so ein bisschen Wüsten-Städten-Gebiet. Das ist jetzt sehr, sehr trostloses Land eigentlich. Oh. Wollte schon einlenken. Ja, ob wir dann auch dort entlang gehen können. Aber egal. Wie gehen wir jetzt hier unten durch? Das war so eine Schlucht. Fühlt sich einfach nie sicher an. Das ist einfach sehr gut für so Hinterhalt. Ja, wir hätten wahrscheinlich von oben durchgehen können. Hier ist einfach... Kanistergräber. Okay. Hier ist wieder ein verdorbenes Gebiet. Da müssen wir dann links gehen beim verdorbenen Gebiet. Aber er will irgendwie nicht so rennen. Mein Dornrück. Das hat einfach überall Dornrück. Das sieht aber auch ganz speziell jetzt aus. Also schon auf der Karte hat es speziell ausgesehen. Hier oben war irgendeine Festung. Aber es sieht aus wie ein sehr großes Rebellenlager. Bisschen schneller. Hallo. Und wir nicht. Warum ist die im Pass? Da ist er. Okay, sehr gut. Jetzt weiß ich... Sehr gut, dass er jetzt mal schneller ist. Vorher war das Feeling richtig, richtig langsam. Oh nein. Nein! Ist hier ein Donnerkiefer. Ja. Aber nicht so krass in der Nähe. Oh. 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 So die Landschaft sieht sehr cool aus. Aber wir sind bis jetzt irgendwie nur in der Nacht unterwegs. Was ist... Ich verstehe nicht so das Problem. Wo hat sie ihr Gegner? Ich frage mich, ob es vom Donnerkiefer auch mehrere Versionen gibt. Das wäre auch noch cool zu wissen. Wahrscheinlich ja schon. Es gibt sicher auch noch... Ja, sicher Spitzen. Wie das auch klingt... Das Herbestos-Version einfach Spitzen heißt. Okay, komm. Nur noch ein Viertel. Das dauert halt schon manchmal übelst lange. Bis es geladen ist. So cool. Darf ich jetzt speichern? Hä? Warum kann man hier nicht mehr... Jetzt geht's. Ich sehe keinen Weg, auf diesem Land zu klettern. Wo ist es leicht? Sie sieht keinen Weg, auf dem langen Hals zu klettern. Muss man irgendwie mit dem... Donnerkiefer versuchen, den kaputt zu machen. Auf den kommen wir vorerst nicht drauf. Wie die ganze Zeit daumen gehen, wegen dem. Alter, was ist mit dem? Oh, shit. Hä? Warum machen die das? Hmm. ich frag mich gerade auch also dann wird die die ansicht bis jetzt für das erste noch verdeckt bleiben let's go ist wieder logisch dass wir genau dorthin gehen wo der donnerkiefer ist ist level 30 einfach ist vorher sieht einfach nach wie vor mächtig aus da haben sie nicht viel ändern müssen weil er schon vorher übel cool ausgesehen hat der schweif ist jetzt legendäre beute wirklich nur der schweif der schweif ist ja somit eigentlich fast eigentlich fast am einfachsten hier die scheibenwerfer die sind fast aber auch der donnerkiefer wenn man gut guten stuff hat dann ist kein problem kein problem da haben die nicht mal bekommen sie keinen schaden und jetzt wirklich hier ist dein ernst schade können wir nicht pfeifen das geht irgendwie nicht mehr speicher mal vor allem jetzt ist no joke die meisten würden eigentlich irgendwie einen umweg nehmen hier oben durch wir gehen hier komplett da durch wo der donnerkiefer ist es ist wieder so typisch ich frage mich manchmal warum das diesen boden immer hat ich frage mich manchmal warum das diesen boden immer hat warum wird das areal nicht entdeckt wer hat mich gesehen ja wieder der dort hinten ohne wie oh fuck you oh das ist nein ich kann ihn nicht überrücken das ist so cool dass man sowas machen kann überhaupt da muss man nicht immer wieder scannen oder sonst irgendwas machen ja ich hab mich nur ein bisschen gesehen absolut ok was ist so eine kröntnächse bist du nicht fuck aber so ein nachbeschwein zeug brauchen wir auch oh ey also es wäre mir schon lieber wenn wir ein bisschen weg gehen wir sehen was wir sehen was wir kommen noch oh also er ist also wirklich einer von den nervigsten ich weiß auch gar nicht doch wir sind im gebiet das hier wäre natürlich auch noch nice hier hier haben wir auch eines aber ich glaube ich gehen wir lieber besser als erstes von diesem gebiet weg ok ok dankeschön irgendwo eine kröntnächse hat die das gemerkt hat die das gemerkt komm hier hier geblieben einfach sorry er ist irgendwie gerade sorry voll nichts gedroppt nein es war ja noch länger als als die taube gerade vor allem hier sollten diese Echsen geben aber sie sind irgendwie nirgends was war das gerade aber ich glaube das ist eine ja endlich endlich eine zu gesicht bekommen nice bitte bitte wir brauchen knochen oder aber gut wir haben eine schon gefunden ja sehr gut wir brauchen von allen wir brauchen fleisch wo ist die wo ist die taube was knusprig als kompione haben wir bekommen ah nein das war wo ist die taube die ich von was hä war das ein geier den ich gekillt habe im regen wo ist die taube hin ich weiß nicht wo geglitscht ein kaninchen ah das ist hinter ok das ist manchmal schon für werden gründenechse taube nabelschwein gründenechse taube was bist du nabelschwein wir brauchen das alles für unsere beute dass wir mehr ja waffen mehr munition haben was 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 chuck 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 okay wir müssen chuck erledigen ey chuck nimmst nicht persönlich chuck weg das ist nicht dein ernst ehrlich schon gestern das ist ne schlange chuck chuck wala was ist das für ein tier ich hab noch nie chuck wala gehört also jetzt wirklich kein disrespekt gegenüber diese chuck wala habe ich noch nie in meinem Leben gehört sicher erfunden das ist alles so in den kommentaren nein das gibt's dünne blüte ja ja schade wir haben jetzt von der gründenechse nur ein exemplar gesehen übelst gut schön vor allem jetzt ist das target sieht man eh nichts ich glaube es hat eh keine tiere weg oh schon wieder chuck wala ja das schwein ist auch noch dort ist wieder ein geil gewesen ist wieder ein geil gewesen ist wieder ein geil gewesen ich weiß nicht was das nochmal war präriehund als ob gibt's noch nein ich wollte doch keinen hund killen ich wollte doch keinen hund killen aber es war nicht wie geht es wieso nein fuck ja egal fuck voll tier boy Das wird auch sein Leben Eins, das ist halt Ey, die Chakvaler regen mich auf Die brauchen Krötenechsen Ich weiß nicht, ob das eine war Ich glaube, wir haben vorhin Krö schon gesehen Das war, glaube ich, irgendwas anders Das Swag Da ist einer Es muss ja auch wieder so an einem Ort sein Dude Warte kurz Ich brauche Knochen, oder? Scheiße Also das Spiel gönnt wieder nicht Es ist ja auch immer so Wann gönnt schon das Spiel? Wir machen das ein anderem Mal Komm hierher Hat es nicht so eine Eidechse? Oder ist das auch eine Krötenechse? Nein Was ist jetzt dort weggerannt? Ein Kaninchen Nein Nein Das ist nicht dein Ernst, Airline Hier geblieben Oh nein Das wäre ein Supershot gewesen Er bugt einfach Oh, ist da vier Was, vier hat das gegeben? Krass Ähm, hallo Ah, vier letztes ist Knochen Und warum kann das nicht Krötenechsenknochen? Schon wieder einer Ähm Wollt ihr mich gerade verarschen? Was? Scheiße Fuck Ja, der ist weg Ja, egal Naja, der andere ist dort hinten Ja, ja Bist du eine Krötenechse? Fuck you Das ist ein Kaninchen Ja Bist du eine Krötenechse? Was machst du denn hier? Ja, es hat ein Knochen gegeben Geil Dankeschön Ja Ja Okay, der war richtig gut platziert Okay, nur noch Gänsefetern Dann Dann haben wir mehr Mehr im Rohstoffbeutel Oder was war die Quest? Für was nochmal? Ja, Rohstoffbeutel Oh Dann können wir mehr Pfeile machen Also Metallscherben können wir eh eh unmendlich fassen Aber Holz können wir mehr mitnehmen Und halt anderen Stuff Und dann wäre mir noch gut, wenn wir auf unseren Bogen noch gehen würden Aber Da haben wir halt das Problem Wir wissen noch nicht, wo Brüllrücken hat Da wäre halt der Langhals gut gewesen Ah, come on Wenn der jetzt getroffen hätte Flieh Los, flieh Oh, scheiße Dass ich wirklich noch getroffen habe Und Es tut Es tut mir fast weh Langsam Wir müssen das ja machen Oh Warte kurz was Es ist ja eigentlich schon direkt hier unten Das Eta ist schon hier Yo, easy going Okay, dann hat sich das eigentlich sogar noch gelohnt Hier komplett inmitten durch zu gehen Let's go Und jetzt haben wir ja vorhin auch noch die Fertigkeit bekommen Dass wir schneller heilen können Das ist natürlich auch sehr cool Ich nähere mich Ethers Standort Gaia sagte, er wäre in einer Art physischen Prozessor Bitte sagen wir einfach nicht Bot Oder so Wir werden jetzt auch unser Dornrücken nehmen können Aber Egal Perfekt Hier geht auch direkt Der Weg Oh, das ist ein cooles Biom schon jetzt Boah, so wie ein Tempel Das ist eine unbekannte Siedlung Also Sind hier Menschen Ah Lol Okay, ich glaube wegen dem ist es Wahrscheinlich besser Wenn man hier anfängt Ich glaube wir bekommen hier auch Werkzeuge Hallo Hi Was geht Vorhin war Dakar Und jetzt ist Dakar Dakar Also bis jetzt sehen eigentlich die Nacktkrieger eigentlich auch ganz normal wie die anderen Stämme aus Ist das der Hauptplan? Hat sie wegen dem so Amerika flackenmässig Ey, ich find's so lustig Ey, ich find's so lustig Also ich find's übelst Es macht so Sinn Wenn Menschen Wenn Menschen nach unserer Zeit nur so Ruinen sehen von uns und so überbleibste Dann gibt's ja sicher auch Museen und so, wo irgendwas dargestellt wird und die sind wahrscheinlich hier in einem Museum drin Wo dann über irgendwie Amerika oder so geredet wird, weil im Hintergrund war ja so Amerika Flagge und alles Und sie hat auch genau diese Farbkombination Vielleicht denken sie das ist die Gottheit die Zehn Oh Mann Also das, ich find's übelst gut Ich find's die Idee dahinter ist übelst cool Weil es ist plausibel Es würde wirklich sowas Wie genau in diesem Ort leben hat Und die Maschinen kämpfen Und vor dem jetzt Die Visionen Ehre übertragen Und zwar, wenn es der Sohn überflüst Und diese Preise wird nie vergessen Es gab ein mehr von diesen Visionen Viele Diese Auftrag uns trauer lichter Und mit den Jahren stürzten sie als Dunkel Ja, eben, man sieht's im Hintergrund Warum sind Kapwane so richtig für den Staaten? Die Meckel wird's möglichst viel dazu Die sind teilweise los Und werden mündlich weitergegeben Überwiegender zwei Einst macht der ganze Heimdruck Doch die Kapwane, die mir folgen Halten die Erinnerungen an Wir fragen, dass es aus Also gleich Was machst du hier als Kaplan? Wer den Hupen überwimmt, stimmte die Vision Und teilt die Weisheit mit dem Welche Weisheit, jemand ein wahrer Krieger hast Niemand zu ver und wehren für Und von wem, der Bestverfahren ist Das, was du sagst Werden wir den Hupen Das wird Tenakt Ey, der Ruf damals Über die Tenakt War ja richtig schlecht Wir haben ja sogar so Einer aus dem Gefängnis Heimsuchen müssen Weil die ja geflohen ist Im ersten Spiel Die ja vom Tenakt-Gebiet kommt Und die war richtig durch Die so Töte, Wechten Über Tod und Leben Entscheiden Die war richtig durch Aber die hier Die meisten sind eigentlich so Wie ein normaler Stamm einfach Okay, Herr Karo Für mich sind Und du hast bewiesen, dass du hier gewachsen bist Ich bin nicht hier, um für euch zu kämpfen Nicht für uns Mit uns Doch ich will dich nicht überwinden Das macht der Hand Okay Okay, zu Herr Karo Herr Karo war ja auch Häuptling von allem Der Gedenkheim Also warte jetzt Eta war für die Luft, oder? Ich glaube, irgendwie hier Eta war ja für die Luft Gedacht Dann sollten wir jetzt Jedenfalls das Luftproblem Sicher in den Griff bekommen Aber Oder war es Demeter? Ich weiß es nicht mehr Leute Ich bin planlos manchmal Ich frage mich, wo man das Teil findet Wahrscheinlich von hier aus Kommt man irgendwie hier rein Oder von hier Es sieht wie eine Wie eine Kampfarena Es ist defekt Unvollständig Die ganze Wahrheit ist für uns verloren Es ist die Pflicht eines Kaplans Die Visionen zu deuten So gut wie möglich Die zehn waren Das ist so cool gemacht Es ist so 2D aber 3D Es ist Hologramme Wenn das irgendwas Wann in real life Wirklich klappt Das wäre übelst krass Wir hätten dann ein ganz anderes Erlebnis Generell Man könnte so viel besser Auch lernen Also das klingt jetzt übelst langweilig Aber auch Schulablauf Oder die Fächer Könnte man viel besser gestalten Wenn man so irgendwas 3D darstellt Und dann so als Objekt darstellt Vor allem hat Dann hat man auch ein Bild vor allem Es hat sehr viel Text hier Jetzt Sieh dir die Visionen an Boss hat 4 Bis hier Schade funktioniert es nicht Und dann geht es nicht involved Ich machain Ich machain Okay Ich machain Und ich machain 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 Aber ich machain Das war es nicht Doch die Visionen Erzählen uns gewoon j knocks Immer Ist das Und Exchange Ich machain Das ist Der Himmelsclan verehrt besonders diese. Sie lassen sich in den Bergen Nordwesten von dir nehmen. Okay. Hier ist noch was. Okay. Hier muss man alles ein bisschen genauer anschauen. Da ist noch irgendein Loot. Ich dachte, das wäre gerade was. Okay, wegen der Wüste. Der Wüstenplan folgt ihrem Beispiel. Ja. Du musst ihr Gebiet auf dem Weg hierher durchführen. Warte kurz. Warte kurz. Es war ja die Rede, dass man nach Las Vegas geht. Dann ist hier Las Vegas. Was? Was? Das ist insane. Sie wirken ein bisschen extrem. Das wäre für Sie ein Kampfer. Okay. Habe ich das? Habe ich das? Das haben wir, glaube ich. Okay. Nur noch diesen Loot hier. Und dann ist der Raum, glaube ich. Das ist in einem Vorrat. Ja, hier warten wir schon. Das haben wir schon. Was hat zu viel? Wahrscheinlich kommt jetzt hier wegen dem Wasserklan oder so. Ja, da ist das Richtige. Hier ist auch, ja, das Flugzeug. Ah, der sammelt die. Soldaten in einem Dschungel. Waren das die C? Ja. Sie wussten das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind anzuholen und den perfekten Moment anzupassen. Vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbilder, als sie den Dschungel in Subwüsten erholt haben. Aber wer... Ich verstehe nicht ganz. Also wenn die gegen ja diese Servitoren und die Bots gekämpft haben... Das war ja hier in diesem Gebiet. Wenn es ja so Wüste, Berge und Dschungel redet. Aber wenn ja die Welle kommt von den Maschinen und sie ja überrennt, wäre ja das Gebiet ja hier überrannt. Wie haben sie denn ein Museum in diesem Gebiet bauen können von den Geschichten, die sind davon abgehalten? Hä? Vielleicht haben sie ja auch Rückschlag gemacht gegen die Bots. Haben das schnell hier gebaut und dann sind die Bots richtig schlimm zu viel geworden. Kann gut sein. Es hat zu viele Texte und Daten. Was ist das? Boah ey, zu viel. Jo. Du hast eine Aufnahme der alten Welt. Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Oseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tiefland-Gebiet stehlen. Oh. Die anderen wollten sie mit ihrem Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Denta Juliet 9. Feuer frei vom Angriff auf den Schaden. Vielleicht kann man hier das Ganze vollständigen. Wir besorgen Sie wohl da um die nötige Zeit. Denta Juliet 9 endet. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Oseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der 10 darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den 10 meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich konnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten füge. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Sie sagen, sie ließ so, wie man sie findet. Ja. Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ordnungssignal aus. Damit konnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behaben. Wir haben ja irgendwie schon 2, 3. Wir haben das alte Soldaten auch gebracht haben. Wir werden sie rote. Okay. Was? Aufzeichnungen abgeben. Oseram, Stöberer, wozu diese Stimme sagen. Dafür möchtest du diese Aufnahme. Jede Schlacht lehrt die Soldaten. Wir sollten diese Lektion lernen. Die gefeilenden Höhlen werden. So sind wir. Die Gisweler, Osseram, Stöberer, und die Magdebüte. Immer weniger, wenn wir sie erwischen. Wir können die diebischen Höhlen einfach alles verschärfen. Es kommen immer wieder einige, trotz des Musikers. Und was noch immer, wenn wir sie empfiehen. Stöberer verbringen, wir leben im Stau. Wir vergraben sie drin. Lebendig. Okay. Geben wir die Teile an. Du hast eine Aufnahme gefunden. Ich nehme alle, die du hast. Lass mich dir etwas dafür geben. Kann man es nur in Z? Ähm. Nein. Es gibt noch Versänger. Es gibt sicher noch die Frostklauen. Und die Feuerklauen gibt es auch noch. Nein. Nein. Es wird richtig herzend. Es ist übers Kult, dass man schon so Sachen holen kann. Ja, es gibt Frostklauen. Oh nein, ey. Oh fuck. Vor allem für Sänger-Scan. Oh, man kann das Ohr abschießen von denen. Es gibt noch ein paar. Nein. Diese Stimmen werden hier aufgenommen. Man wird sich an sie erinnern. Wenn ich mir diese Aufnahmen finde, will ich sie zu dir. Was sind jetzt diese Aufnahmen? Arbeitet das Abspielgerät so, wie es soll? Ja. Danke für die Hilfe beim Reparieren. Kann man es nicht? Äh. Aufzeichnung finden? Hat die Stöberin gesagt, wo man diese Aufnahmen findet? Nur, dass sie sie in alten Flugmaschinen gefunden hat. Und dass sie eine Art Signal ausgesicht hat. Und da ist ein Ordnungssignal von der Aufnahme. Das wissen wir schon. Keine Sammlung. Ich muss mit meinen Vorgesetzten sprechen, ob wir Platz für sie schaffen können. Sie sind nicht von dem C, aber die Stimmen der Krieger müssen gehört und der Immobilie. Ich melde mich, wenn ich mich... Okay. Das haben wir hier hinten. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht. No. Ich weiß auch nicht, haben wir das? Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Übers viel Zeug. Ja, es ist Museum. Es ist wegen dem Museum. Okay, wir gehen wieder zurück. Amster, sorry. Aber ey, das Spiel... Ich spiel's zum ersten Mal. Ich will alles sehen. Das ist ein cooler Thronraum. Nicht beschreiten. Kann man wirklich nicht bestreiten. Was hier? Eine Datenbank? Was ist das? Er wurde vom Häuptling dort erzielt. Frag ihn, wenn du neugierig bist. Was ist seine Geschichte? Oh. Okay. Man kann irgendwie einen Speer... Man kann... Kann man hier den Speer verbessern? Das wäre übelst gut. Da, ein Punkt 9. Wir kommen im Halle der Helden. Ich bin bereit, den Häuptling zu treffen. Ist das irgendwie... Komm... Gibt's keinen Weg mehr zurück? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Komm. Boah. Cool. So vor... Vor allem im Holo. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist direkt unter dem Thron. Oh. Die Retterin von Marieville. Es heißt, du hast Regalas Truppenvorfahrlicht abgelehnt. Und wurden Schentgen oder besiegt. Immer Zweikraft. Ich traf auch vor Schafdorf. Er beschrieb dich als Irrenmann. Er hat Führer. Irrenmann. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von viel. Wir hätten noch lange ein Massentral in seinem Nachschirm machen können. Doch wenn du uns jetzt der Nutzung einbittest, wäre das eine große Hilfe. Nein, ich will nicht für euch tanzen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das wieder leben möchten wird. Auch da. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da. Ich will leben, wenn du mehr als du zählen kannst. Ich bin eine große Hilfe. Man kann es nicht sehen, aber es ist da. Ich kann es nicht sehen, wie du siehst. Aber es ist da. Und ich bin eine große Hilfe. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Menschen. Ich zähle noch hunderte Timmert für den Leben auf dem Spielschnitt. Ich werde für sie kämpfen. Ich werde jeden töten, der den Frieden betrachtet und den Auge. Wenn du möchtest, dass sie für dich die Tür zur Kammer umwerfen. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Das war ein gutes Argument. Und du willst mich als Leitwester nehmen? Nein. Du verteidigst die Tür. Doch da ist noch nie. Aus Angst vor Herr Dallas' Angriff, leidert sich einer der Klan, seine Kinder zu entsenden. Du musst nach morgen. Und zwinge Ticot, den Kommandanten des Himmestransferts dazu, seine Besten zu schaffen. Ich soll entzwingen. Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kohlroth nicht mit nur zwei von drei Platz abhalten. Marschall Cotallo wird dir helfen. Er wurde im Fahrlicht verkürzt. Aber er ist nicht nutzlos. Ah, der... Ich finde, der Häuptling ist cool gemacht. Ich mache, glaube ich, gleich ein bisschen Essen. Eine Brücke zwischen Tenakt und Kajah. Keine Fremde gewann wir uns in Respekt sehr gut. Ich hatte gehofft, er würde meine Stellen von mir leben. Dass der Friede mit dem Kajah zu mir erinnert wird. Ruf, dein Austausch. Die Kajah abends fließt voraus. Unsere Taten ziehende Tinte in seiner Hand. Aber ich finde ihn, finde ihn sehr, sehr sympathisch. Also, auch so. Aber das versteht man als Haupthäuptling. Das geht dich nichts an. Ich kämpfte in Fahrnitz gegen unsere Zutaten und konnte nicht mal ihr probieren. Siehe. Die Töte ist in einer Maschle. Die Spitze ist in einem Spitz. Das ist für alle verabscheiende Rolatin Kajah. Die Brüder lebendig verbrannt. Als wir die roten Raubzüge zurückschlugen und die Mauern von Fahrnitz einlissen, da hoffte sie, sie ist nach einer Runde hinzunehmen. Oh mein Gott. Ah, so eine Feder. Oder dem Segen des Friedens, nach dem Tod des verhebten Kurs. Als ich erwärts fliegende Ursch acte, drehte sie durch. Mannte mich verbattert, forderte mich vor den Marschern heraus. Okay, Regalsherausforderung. Und wie hast du darauf reagiert? Du bist damit gemackt, bist es die, was uns so etwas nicht abbildet hat. Sie war nicht leicht zu bezahlen. Ich habe sie in der Agenstis geschaffen. Unsere Regal hast du hier. Die Kohlroth. Das ist genau, es ist die Tür. Und die Klan sich ans bekämpften, kämpfen jeden vorhanden. Gegen die Maschinen. Das ist mein Gesetz, in Form der Kürtik. Jeder Klan muss Kämpfer schicken, wenn ich zu dem Ritual aufrufe. Diese Kämpfer stellen sich Urteilskämpfe gegen Maschinen, wie der Arena hinter diesen Mauer. Jene, die sich hervortun, werden Marschallet enthalten, als Fliegensrechter gestanden zu sein. Das ist aber irgendwie noch cool. Friedenswächter? Sie nennen es die Friedenswächter, doch die Marschelle bei der Gesangschaft wahren. Krieger gar, doch nicht. Sie entsorgen den Klan ihrer Geburt und verpflichten sich der Ordnung und den Frieden. Sie vollstrecken mein Gesetz. Sie regeln Dispute und vertreten die Klinge bei Standesverhandlungen ohne Siege. Kann ich nicht herrschen. Darum musst du sicherstellen, dass die nächste Kohlroth stattfällt. Okay, der Himmelsklan... Darum schickt der Himmelsklan keine Kämpfer zu Kohlroth. Von den drei Clans haben sie die Verteidigungswächsgebeißes. Geschützt von einer mächtigen Mauer, den Wolfgang. Ihr Kommandant glaubt, den Krieg zwischen Leinem und Regalas Truppen aussitzen zu können. Sicher hinter seiner Schutzkant. Kräfte zu schonen, der Kandil und Regalas einlösen. Warum ich? Und warum soll ich zum Himmelsklan gehen? Alle Tömerkartenstärke. Und du hast Regalas und Fahr nicht zurückgeschrieben. Und weil die meisten Marschälle tot sind? Richtig. Was ist mit Kotalo? Kann er sich dann ein für mich? Er ist für Kuppel. Sie werden ihn nicht respektieren. Ich bin gerade fair. Was ist fair, wenn einer mal anfällt? Ob sie ihn respektieren oder nicht, Kontrolle hat noch Wert. Er erkennt den Himmelsklan. Er ruht sie in ihrer Basis auf. Ah. Hier und ich füge. Die kann man unten. Ich hatte die Fremdwaffen, er leistet aber nicht. Am Tag meines größten Sieges. Auf jeden Fall. Die Begenerationen kämpften wieder klar zum Kontrollen, die sie alle in den Boden. Mir allein war es. Jahrelang künftig. Mähte alle Mann in den Boden. Als ich schließlich alle in den Boden getötet hatte, stand ich ganz allein auf der Erde. Nur ich, ganz meines Sieges, lachte ich zumindest. Was haben Sie gesagt, die Alten? Was sagten die Alten, die Erksammlung, Elisio? Jene namens Faraday, sagte die Gefahr durch die Maschinen voraus. Und dass wir sie nur gemeinsam standen. Sie rief die Marschelle zum Erhalt des Fliegens auf. Dann schweigte Elisio, und ich sei es nicht. Ach so hat es die Veränderung gegeben. Okay, wir gehen in den Norden. Also das war jetzt wirklich mal ein ganz cooler, unerwarteter Ort eigentlich sozusagen. Hier hat es noch einen langen Haas gehabt. Und hier oben hat es keiner. Was ist das? Da ist Steinfall. Junge, wie weit müssen wir gehen? Meine Klippen begibt sich zunächst die Rennbahn. Okay, hier ist ein Strand. Oder ist das der? Der Sitz, der Wächter, cool. Hat sie irgendwas zum Scan? Medina Exponat. Ich glaube, jetzt haben wir dann langsam alles. Ja, ja. Ja, ja. Kann ich auch hier hinten noch ein bisschen herumschauen. Ah, da hinten geht es sogar noch weiter. Wo geht das dann hin? Es geht wahrscheinlich hier zum Kohlruth. Ist das Wasser hier? Boah. Boah, ich freue mich auf die Biome. Das sieht schon jetzt so cool aus. Und das Wüstengebiet ist so einfach so lang gezogen. Also Wüstesteppengebiet. Ähm, warte kurz. Wo ist sie? Rede mit Deckabend. Let's go. What the f... Ja. Hallo? Hallo? Was für eine Waffe? Und unsere Speer melden Regalas Rebellen in den Luft. Maschinen und Rebellen. Beides nichts Neues für mich. Wie klar. Geh nach Norden zu den Hüten. Steige hinauf, bis deine Beine brennen und die gekalte Luft in der Luft schmerzt. Dann weißt du, dass du ein reiches Wunstanz bist. Ah, ah, okay. Ey. Schwaltender Scharfschussbogen. Abriss, Präzisionspfeile sind jetzt für einen deiner Scharfschussbögen verfügbar. Diese mächtigen Pfeile verursachen hohen Reisschaden durch einen Druck. Ja, endlich haben wir die Druckluftstoß. Verwende sie, um Rüstungsplatten von starken Gegnern zu entfernen oder nützliche Komponente abzudrücken. Das ist übelst cool. Weil wir haben nur den. Das ist sehr cool. Langsam wird auch alles ein bisschen mehr und mehr ersetzt. Ich mach den Häcksler dort drinnen. Weil der Bogen haben wir eh nicht verbessern können. Der ist ewig auf Stufe 1 geblieben. Warte kurz. Hab ich jetzt gerade den falschen gezeigt? Den hier meine ich. Ich packe hier noch eine Spule drauf. Das wäre natürlich cool. Ja komm, wir machen einen Abriss. Ein bisschen mehr. Jetzt eigentlich. Sorry, wenn ich immer wechsle. Hier hat es gar kein Depot, wo man irgendwas verbessern kann. Jetzt noch ein Fragezeichen. Hier wäre noch Gänsefeder. Dann hätten wir jetzt den Rohstoffbeutel jedenfalls voll. Wow, hier ist einfach ein Chat. What? Es geht schneller, wenn ich eine Maschine reite. Ich glaube, der Chat ist im Vergleich zu dem nichts. Aber der Chat war auch anders. Jo, hier hat es überall so ein Kampfjet. Das ist übelst cool. Ist das? Na, das ist vorher Reishohlen wahrscheinlich. Hä? Ah, Lüftungsschacht. Okay, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, hier reinzukommen. Kriegen wir einen Eingang? Das glaube ich. Aber LL hat doch immer irgendwas zu meckern. Ja, das war doch obviös. So. Es kommt dann sicher ein Durchgang, wo wir nicht öffnen können. Doch. Geht. Sehr gut. Müssen wir sogar aufstemmen. Der Gedankheim. Dort ist wieder ein Rebellenposten. Das ist krass. Man kommt immer nur so ein bisschen was mit. Jetzt haben wir einen anderen aufgedeckt, sicher. Ja, den hier. Das ist halt cool, dass es so wie eine Schnitzeljagd ist. Und hier ist, okay, Rebellenaußenposten. Ja, ey, das ist schon von hier aus ersichtlich. Ja, okay, das ist ein großes Lager. Das ist wie das hier. Und bei dem hatten wir damals diesen Boss. Da kam ja dieser Boss und das war auch ätzend, diese Basis zu besiegen. Und ich glaube, das wird genauso ätzend sein. Das hier sieht schon besser aus. Säure-Karlenschreiter. Was hatten wir damals? Was war hier? Oh, normale. Oh. Das klingt jedenfalls sehr einladend. Säure-Karlenschreiter. Boah, ich bekomme Ibus-Hunger. Also gleich muss ich wirklich Essen machen. Hallo. Heute ist irgendwie Sanchez nicht da. Ich frag mich. Wir sind immer ab. Aber ja, es ist halt normal. Ey, manchmal haben nicht alle immer Zeit. Okay, er redet einfach mit sich selber. Holy shit, hier geht es sogar weiter. Lauf! Manchmal fragt man sich schon ein bisschen. Ah, cool. Das ist gehackt. Von Fragezeichen. Wem war noch hinter uns? Oh, das sind spitzen. Oh, nein. Oh, nein. Aber die Spitzenmodelle sehen aber auch cool aus. Und die geben halt auch besseren Loot. Wenn man so überlegt. Ja, die droppen viel leichter. Das hier. LOL, ey. Ich hab gerade vor zwei Minuten, hab ich so gesagt. Ey. Heute ist irgendwie noch nicht Sanchez da gewesen. Und jetzt so zwei Minuten später schreibt. Here we go again. Ja, voll genau. The suffering is starting. Holy shit, was was? Aber kann mehrere markieren. Stimmt doch gar nicht. Wir müssen irgendwie zu diesem Turm kommen. Was geht so ein Schuss? Hast du bis jetzt einen guter Tag gehabt? Zeigt die alte Welt. Sieht aus wie ein Flugzeug. Eine Aventagebilder. Ich glaube es gerade nicht, dass wir das wirklich geschafft haben. Gedenkheim und irgendwas. Da war auch noch unbekannt. Aber das war unten dran. Das war sicher in der Höhle selbst. Oh nein, ey. Wie geht's? Mir geht's richtig gut. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Sanchez. Na, ich hock gerade in der Kneipe. Oha. Was machst du denn dort? Was? Hast du ein Date? Mir war's gut. Wie sieht das Teil aus? Okay, man sieht Berg. Und ne Satellitenschüssel. Fuuuck. Run. Die Frage ist, wo ist die Satellitenschüssel? Gut. Wenn ich dorthin, wo ich... Was ist das? Oh nein. Was sieht euch jetzt? Boah, yo. Übertreibt euer Leben. Oh mein Gott. Alter, übertreibt euer Leben. Wirklich. Ja, ich könnte den kontrollieren. Mein Bruder hat mich mitgenommen. Und jetzt soll... Und jetzt soll ich gleich... Kicker-Turnier mitmachen. Aber kann ich kickern? Ja, kickern ist ja... Ist ja auch eher, dass man so dabei ist. Spaß hat. Wie niemand ihn sieht. Kann ich den? Na, gesperrt. Das ist erst bei Jota. Ich muss irgendwie hinbekommen, bei ihm dort drauf zu schießen. Ich muss irgendwie hinbekommen, bei ihm dort drauf zu schießen. Ich muss irgendwie hinbekommen, bei ihm dort drauf zu schießen. Das ist durchfohlen, dass die Kaffee nicht mehr aufgenommen wird. Vielleicht ist das Kaffee nicht mehr an die Übel auszüglichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo sind wir gelandet? Da oben ist das Teil! Okay, I'm running. Go, 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 go! Warum war es blau? Das war blau eingezeichnet. Okay, let's go! Hey, jetzt machen wir gleich Essen. Also, gleich die See, Talk, Runde, bisschen. Ja, wir sind langsam an dem Ort. Also, warte kurz. Na, was hat sie jetzt gerade für den Move gemacht? Perfekt. Oh, jau, holy shit. Okay, das war ja ein Flughafen hier, richtig. Sehr cool. Dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Da ist noch was. Und hier, hier sind dieses Sonnenflügel. Habe ich keine Ahnung, ob es jetzt so einer ist. Das ist wieder ein Rebellen-Außen-Posten. Okay, Rebellen-Außen-Posten hat es sehr viele. Ja. Oh. Ach, Mann, ey. Das hat mir auch... Okay, wir beginnen zum Fragenfall. Das ist ein tolles Ding. Ja, also jetzt no joke. Das war wirklich bis jetzt übelst cool. Dann schauen wir auch noch schnell wegen Gänsehaut, damit wir das auch direkt haben. Das sieht irgendwie auch nach dem Flugzeug aus. Was ist jetzt hier unten? Cool, das ist auch cool. Ah, das ist wegen der Höhle. Das ist sicher ein Durchgang, den wir noch nicht öffnen können. Doch, können wir. Das war gerade so ein Move runter. So. Wir können ja dann zum Glück zum Lagerfeuer hinreißen. Und so zu was. Nope. Uh, uh. Uh, wir haben wahrscheinlich... Uh, Platte. Wir haben eine Grün-Glanz-Platte bekommen. Oh, okay. Ja, eigentlich bringt das. So quasi gar nichts. Jetzt dorthin zu reißen. Wir können ja auch... Lol, er kommt wirklich von dort hinten. Also in der Nacht sehen die Boots einfach zu cool aus. Ja, ja. Ja, Jungs, was geht's? Ja, ich bin wieder am falschen Ort. Ich bin wieder am falschen Ort. Booy. Chill dein Leben, wirklich. Ja, sie haben ihn gekehlt. Fuck you. Nein, er ist im Boden. Nein. Nein, er ist im Boden. Er existiert noch. Oh Mann, ey. Zum Glück. Oh Mann. Braucht man aber auch sehr viel, dass man sie wieder reparieren kann. Der Arme. Unser Armer Bot. Das schnapp mal. Ein Rollrücken. Okay. Okay. Vorratsverlust ist es gerade auf dem Weg. Wie war dein Tag? Mein Tag war relativ gut. Vielen Dank für zu fragen. Ich war kurz in der Stadt. Ich war kurz bei meiner Mom. Also relativ eigentlich gut. Und wie war dein Tag so? Ich hoffe, du hattest auch bis jetzt ein schöner Tag. Wir brauchen Gänsehaut. Die Frage ist, wo hat es hier Gänsehaut? Ich kann das sagen. Oh nein, ey. Also wie viele? Sind die genau dort, wo wir hingehen? Und dann müssen wir in diese... Ah nein. Wir müssen in diese Richtung. Ups. Okay. Ich muss es hier irgendwo Gänsehaut haben. Ich mach mir dann gleich auch irgendwas zu essen. Ich kann nicht mehr. Aber das Spiel ist zu cool. Ich will trotzdem... Ich will weiterzocken. Aber mein Körper sagt, yo, dude. Bitte is was. Okay, das ist dick, honscharf. Was ist die Gänsehaut? Was ist die Gänsehaut? Bist du nicht eine Gans? Du bist eine Taube? How dare you? Ich bin eine Gänsehaut. Die arme Taube. Ich mag eigentlich Tauben im Real Life Ubers. Schade sind die so... Also Tauben sind ja eigentlich Ratten mit Flügel. Wenn man es so ganz böse sagt. Aber ich finde sie trotzdem süß. Und auch die... Ja, okay. Ja, okay. Ich habe jetzt direkt Flashbacks bekommen. Weil manchmal, wenn ich am Arbeiten bin, schlafe ich ganz oben. Im Dachboden. Und ich schlafe dann irgendwie ganz spät. Halt meine üblichen Zeiten. Und wenn ich... Wenn ich dann schlafen gehe, dann kommen die Tauben. Irgendwie ist das magnetisch langsam. Nein! Bleib hier! Ja! Jo, Mo! Oh, Jo! Wir haben es wirklich noch hinbekommen. Wir haben es wirklich noch an der Straße sein. Nein! Aber Gabelbein klingt aber auch gut. Das ist nicht anders. Was ist das für ein Geräusch gerade? Was war das gerade für ein Geräusch? Verirrund. Das ist eine Taube. Aber das soll man hier nicht entlang laufen? Wer hat es wieder einen Donnerkiefer? es kann sein dass es jetzt dann in nächster zeit hier ein bisschen laut wird am abend aus dem grund weil hier irgendwo in der nähe ist ein sommerkino wo die leute alle hingehen so public viewing mäßigen kinofilm schauen und ja das werden wir wahrscheinlich auch hören nein dann kommt viel musik und ich wir und nein ich bin und das habe ich gar nicht gedacht nein jetzt gibt es eine variante oder zwei stumme mich ist nur gameplay oder ich mache ein bisschen lauter musik und hoffe dass das auch nicht copyright geclaimt wird oh nein aber leute ich muss ich muss mir was zuerst machen ich habe zu so fest im lund und zieht ein bot so von ganz ganz weiten was ist das spitzen stachel schnauze und plasma schaden ist am besten ich habe keine ahnung ob es eine gute idee ist sie sind relativ weit weg die werden jetzt dann direkt 1000 was hat der gerade für einen buff oh no oh die sind säure ah ja okay säure kugel okay die säure bleibt aber lange was das war eine große explosion der baum sehr gut sehr gut was macht der gerade für den dance move boah das war noch das war batterie irgendwie okay also jetzt ganz ehrlich mit mit dem bogen hier da haben wir so ein upgrade bekommen jetzt konnten wir den baum selber für uns gebrauchen oh fuck oh so dann ist alles ich habe er bekommen jetzt dann eine krasse ladung noch ab verabreicht okay noch drei pfeile scheiße alle auf das war richtig schlecht höh was war das jetzt okay es hat ihn irgendwie jetzt durchdrehen lassen aber ich weiß nicht warum ja wir müssen wirklich die kanister wegschießen ja kann es mal weggehen was macht er jetzt sehr gut aber er hat immer säure ich frage mich gerade warum das ist auch ganz strange wut nein ey du bist doch so ein scheiß manchmal ey das war jetzt klar offensichtlich dass man das treffen sollte sie bekommt es nicht hin boah es ist auch noch ab wir haben ihn komplett demoliert kann er immer noch er kann immer noch hä hat er dann irgendwo ja er hat beim schweif hat er noch ja als sie sie ok ist es sind es noch zwei wie hat es gerade ausgesehen dass es zwei gewesen sind Oh nein, das ist auch ein Kaninchen Ja, ah, das ist ein Gräber Aber was für einer? Oh, ist ein neuer Wir helfen hier jetzt gerade Das ist ein Spitzenfeuerkanistergräber Wegen dem hat es so viele von denen Es hat Spitzen, ja, Feuer, Kryo, etc. Und es hat auch die normalen Versionen Bei Gräber gibt es irgendwie fast die meisten Wir kommen Nicht auf Ähm, was? Oh, bitte Eigentlich bin ich gerade am, am den ganzen Teilen am suchen Aber irgendwie Irgendwie Scheinen die Teile, die abgefallen sind Von diesem Typ Von diesem Bot Die sind nicht mehr existent Warum? Ja, okay, das war jetzt unnötig Okay, zum Glück ist es heil und überall Sicher der Gräber Nein, es ist nicht der Sehr guter Treffer Oh, I'm out Wie wir einfach wegfliegen Wo ist er? Komm her, boy Okay, der andere sieht uns auch Was? Okay, das war ein cooler Schlag Ist er jetzt gerade dead? Das ist cool, dass es so die ganze Zeit hinterher zieht Ich weiß ja nicht, ob Säure auch so gut für uns ist Was war das gerade für eine Explosion? Ist irgendwie sein Säurezeug gerade explodiert? Surprise Die haben auch immer übelst ab Na Was? Der hat mir übelst viel Schaden gemacht Was? Okay, das war jetzt gerade richtig Und selbst Scheiße Der wäre cool gewesen Ah, aus der Säure, bitte Oh Wie er immer herumhopst Ja, cool Okay, das ist nur noch der Gräber Das ist nicht dein Ernst? Nein Nein Das wäre so cool gewesen Start Surprise Oh, komm hier, Herr Boy Jetzt gibt's Rache So Puh Komm jetzt noch mehr Jetzt haben wir nichts Es kommt noch einer Es kommt noch ein Gräber Nimm Nimm doch Er ist Er ist star Nein Was ist mit ihm? Hä? Na Okay, ich glaube Es ist wirklich mein Hunger Der möchte ich manchmal einfach so Richtig ungenau machen Weil manchmal könnte ich so einfach gut rüberziehen Aber ich mach's nicht So Was? Er ist immer noch nicht dead What the fuck Oh shit Ja, sehr gut Jetzt sind's glaube ich Nein Nein Ah ja, okay Das ist so einer Das ist trotzdem ab I'm out I'm out Oh Oh, das ist auch ein neuer Der Spitzenkrallenschreiter Also ganz ehrlich Es ist eigentlich nicht große Veränderung Es gibt besseren Loot Das Ich hab mich nicht enttäuscht Aber jawoll Hö, es macht nur einen Schaden Habt ihr es gesehen? Ihr haut ab Ja, wenn wir die anderen OGs an unserer Seite haben Dann ist es kein Problem Ey, aber Er wollte Er wollte mich verarschen Ja Warum ist der Schwachstellentreffer Dort bei den Armen Nur einen Schaden wert Oh mir, ja wohl Wie er Rackdoll-mäßig herumrollt Ey, wir haben den schon 750 Schaden gemacht Scheiße Ich muss gleich wirklich was essen Wir machen einfach noch das Und dann Aufpassen Puh, shit Cooler Move Aber Okay Das arme Teil ist abgefallen Nachdem das so viel nicht Schaden gemacht hat Oh Hat er auch einfach Echo zurück Oh Das war gut Aha Ja, die Schüsse sind halt schon viel kräftiger Wenn man hüpft Und noch halt auflädt Kannst Nein Was Fuck Manchmal ist es schon übelst Einschieben Fliegen noch mal um Bitte Als ob Habe ich mit dem noch Getroffen Es wird Schwierig Was Was Ah Yo Nein Nein Ja Mann Sehr cool Okay Der Schluss war jetzt sogar noch Fett Ich kann nicht glauben, dass ich lebe Ich kann nicht glauben, dass ich lebe Haben wir alles? Irgendwo ist halt noch der Arm weggegangen Aber wir haben zwei Fertigkeitspunkte Sehr gut Bisschen Heilung noch mitnehmen Ich glaube Ich glaube Das bekommt man nicht Das war hier irgendwo Und wir würden eigentlich schon längstens punkten sehen Auch generell von der Mission hat man Nicht viel Bekommen Ich wollte eigentlich eine Ich wollte Gänsefedern Uns besorgen Aber ja Haben wir halt noch eine Mission abgeschlossen Und die war eigentlich easy going Danke Wärst du nicht da gewesen Wäre ich jetzt Maschinen-Schrot Alles was ich tat war Deiner Freundin Wir haben heute was bei Zeit zu verschaffen Du hörst jetzt was Ich bin an der Straße Komm am Leben Das glaube ich gern Ich hoffe ein paar der Waren sind da in Ordnung Ich auch Nahrung ist immer knapp Die Soldaten am Heim brauchen Rationen Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen Um mehr zu holen Ich helfe ihr wieder auf die Beine Und dann ziehen wir das wieder Und fast auf die Ja Das ist ein sehr gutes Stichwort Wir werden mir das nicht vergessen Bleibt gesund Wir beiden Das war jetzt so schnell Einfach Eine Nebenmission noch gemacht Auf dem Weg In den Norden Es ist ja wirklich gerade auf dem Weg gewesen Hier ist ein unbekannter Unterschlupf Da ist Steinfall Und hier ist Salz Ja okay Schon in der Nähe Boah ey Der Weg alleine jetzt hier Wir haben übelst viel gesehen Ich kann es Ich kann es No joke Wirklich kaum erwarten Wie sich das alles generell So hier Ja aufbaut Entwickelt Wir müssen dann hier oben noch hin Vielleicht öffnet sich dann die Türen Geh mir hier noch zum Zum Lager Das absurde ist eben Ich wollte eigentlich hier hin Wegen Gänsehaut Wir gehen auf Wie man jetzt sich fortbewegen kann Was Nein Das nicht dein Ernst Jetzt hat es dort hinten Übelst die krassen Gegner Seit wann ist der jetzt dort Wart Wart Ist es gut Ich renne vor allem In Richtung Donnerhücken Also es sind Krälen Jetzt machen wir das paar mal Da kann er nicht mehr Von Weitem was schießen Ich renne die Krälen sieht so aus als folgen diese der herde es braucht so lange bis man die bauen kann wow die lanzenhörner sind ja auch am durchdrehen holy shit i'm out zum beispiel die störung gab schon essen aber ich bin eigentlich kurz drauf eigentlich das zu machen ich brauche einfach von diesen das beutelgewebe dann kann ich irgendwas kraften ich weiß nicht mehr genau was aber ich brauche das jetzt weil ich weiß schnapp mal beutelgewebe okay gut bis bis sie immer noch in der kneipe und das wäre natürlich eine ganz gute position wenn er so bleiben würde ich glaube mit dem nächsten teil sollte es jetzt langsam gehen die spielen leider was was Boah, ja. Ah, dude. Was ich beschissen finde. Das Craften von den Pfeilen dauert so lange bei denen. Was macht der jetzt? Was macht er jetzt? Oh, hier ist irgendwas. Ah, ich hab löscht Wasser. Ah, jetzt bin ich gleich. Oh oh, er kommt ein bisschen näher Zu nah Yo Es ist zu gut, wenn er die Attacke macht, dann ist er richtig verwundbar Hier geblieben Dude, unlustig Ja, sehr gut Jetzt bekommt er richtig viel Schaden Und kann nicht mehr so dumm herumschießen Darf ich das machen Sehr gut Er hat am Schweife irgendwas Hat nicht mehr viel Und was macht der Er will uns einfach weg In sein Gebiet locken Ich verstehe nicht, was das ist Er ist immer noch nicht da, um schnell festzuhalten Ey, ohne diesen Kühlbeutel sind die richtig schlecht Also ja, er kann schon einen Sturmangriff machen Das, was wir vorhin gesehen haben Und das könnte, glaube ich, auch sehr gut Sehr viel Schaden machen Ähm, wirst du mich jetzt verarschen Er haut wieder ab Ja, wie soll es sehen, dass sie Auch sehr gute Schwachstellen Dann haben wir ihn, um Ich hab sie gesehen, um Und wenn er nicht mehr so gut Ja, wie soll es sehen, weil es nicht mehr so gut Denn ich habe ihn, um Ja, wie soll ich ihn Er hat's irgendwo Gänze. Ach, Fick dich. Ach, Fick dich. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab Kreis gedrückt. Und dann haut er ab. Und dann ist er aggressiv. Oh, Fick dich. Boah, das ist cool. Holy shit, okay, das ist richtig cool. Holy shit, das ist richtig cool. Okay, ich hab sie unterschätzt. Aber schade machen sie nicht extrem viel Schaden. Ja, ich bleibe schon jetzt. Fick. Das ist meine Chance. Für was? Oh, man hat um endlich Munition, wenn man's einsammelt. Oh, das ist aber cool. Das ist richtig cool. Und weil es schon gerade fliegt, ist es auch übelst nice. Yo, wie nice. Ja, man, sehr gut. Das kann er's nicht mehr machen. Ich wollte nur den Beutel. Haben wir sicher nicht bekommen, weil wir's jetzt zerstört haben, oder? Kann's sein? Ja, ey, man macht bei denen viel mehr Schaden, wenn man direkt da oben drauf geht. Okay. Warum laufe ich immer? Immer. Oh, er lebt wieder. Ich laufe immer zu dem Donnerkiefer, ich weiß nicht warum. Hier, inmitten vom Wald, wird da übelst schnell. Also, manchmal ist es so nicht... Es macht so mal... Wir können die Bäume umstoßen. Really? Alle? Wahrscheinlich nur die kleineren. Boah, jo, irgendwann können wir durch die Gegend rennen ohne Probleme. Hier unten. Irgendwo so... Da... Okay, da oben. Sorry. Kannst du die runter? Offroad-mäßig kann er nicht so gut. Okay. Jetzt wieder Ruinen. Ich mach mal den Speicherpunkt. Jetzt können wir mal schauen, was wir alles craften können. Du bist die Streiterin aus dem Osten, die gerade von deinem Leistung in den Kampf gewonnen hat. Mein Volk schuldet mir das. Deshalb teile ich mein Wissen von Island. Du bist die Streiterin aus dem Osten. Ich habe von deinem Leistung in den Kampf gewonnen. Mein Volk schuldet mir das. Deshalb teile ich mein Wissen von Island. Konnte man ihre Sprengung bis hierher hören. Mhm. Aber jetzt ist es gut. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich passe auf mich auf. Durchbrochener Stein. Sprengen? Das kann nicht gut sein. Oh ja. Ich weiß mehr ansehen, wenn ich da bin. Daraus wird besser vorhaben. Und hier. Schauen wir mal. Sie wollte gerade wieder auf die Bergbank draufstehen. Das ist wieder so typisch. Okay. Wir haben Beute Upgrade. Wieder von dem. Das ist nicht dein Ernst. Das ist wirklich ein Witz jetzt langsam. Weil wir haben bis jetzt nur den verbessern können. Und hier brauchen wir halt noch Gänsefedern. Was ist mit Munitionsherstellung? Altfield Upgrades wäre nur hier. Der Häcksler war sehr gut, ey. Der schneidende Häckslerhandschuhe. Spaltender Scharfschussbogen. Dass der so weit hinten ist, verstehe ich auch irgendwie nicht. Also. Die Beutelgewebe und so. Die bekommt man wahrscheinlich nur, indem man sie nicht abschiebt. Weil es droppt ja nix. Also wegen dem. Okay. Kleiner Maschinenkern. Das sieht sehr gut aus. Das ist nicht dein Ernst. Gerade von beiden Sachen. Oh nein, ey. Und hier ist schnappt man auch sehr, sehr, sehr viel gefragt. Okay. Wir haben die ein bisschen Bauteilabriss plus 10. Die können es nicht mal komplett verbessern, weil wir die violette Variante nicht haben. Aber das hier kann ich machen. Ein bisschen mehr Schaden. Weil der Handschuh hat jetzt gerade richtig gute Leistung gebracht. Okay. Dann brauchen wir immer noch die Gänsefedern. Ich hoffe, wir können das morgen direkt machen. Da ist leider nichts Neues. Also die ganze Welt, wie sie designt ist und alles. Okay, hier geht es zu Salzbiss. Also in diese Richtung. Und hier geht es. Ja, wahrscheinlich ist es da oben. So wie es aussieht. Sein Vorrat fliegt dort runter. Holy shit, der Horus dort. Warte, gut. Ist das irgendwo hier? Holy shit. Okay. Vor allem, man hört irgendwie ein Sturm, aber... Okay, ist genau dort beim Horus. Werde das gedacht. Machen wir so. Gut, Essenszeit. Let's go, Leute. Ich habe so Hunger. Ich glaube das nicht. Ich mache mir... Ob ich heute jetzt schnell, schnell einfach Reis oder so. Ich mache Musik, das ist an. Das wäre hier gut. Boah. Playlisten, die 24 Stunden dauern. Was? Was? Okay. Ich hoffe, man hört es auch ein bisschen. Ich hole noch schnell Kiki hierhin. Also das Bild sieht sehr schön aus. Ich glaube, heute haben wir ein gutes Hintergrundbild. Aber ich mache es noch Kerngrößer. was ist das Osten. Oh, wie geht das? Ich mache es noch mit. Kiki war heute richtig zerquetscht, du benutzt sie ja natürlich auch als Kissen, wird langsam dreckig, oh nein, muss aufpassen, sie ist zu klein. Okay, ich glaube, das ist gut, ich nehme jetzt das Handy trotzdem mal zur Sicherheit mit, weil ja, trotzdem jemand schreiben kann, äh, ja, Terra muss ich auch, 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 äh, ja, Terra muss ich saal, ja, Terra muss ich auch, äh, ja, Terra muss ich auch, äh, ja,yle, Geh,czeal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aus dem Nichts im Hintergrund hört sich der Dornrücken. Aber es gab so eine schöne Zeit, neben der Arbeit und alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Aus dem Nichts im Hintergrund Amt mal in einer Runde, die sich nicht so zu erledigen. Hört man die Musik gut? Ist die Musik laut genug? Ja, aber dich schlecht. Ja, ich bin in der Küche. Ich komme gleich wieder nach vorne. Ich bin gleich wieder da, passen wir gleich wieder mit mir. komm, 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 komm. Ich sag's nur, wir haben kein Problem und Link gelöscht, Link gelöscht, hast einen Link geschickt? Nicht wirklich, es wäre minecraft.mp3 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ah, okay. Sanchez redet wieder irgendwo anders. Schau mal schnell. Und irgendwie alles draußen. Ich muss sagen, Und... Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Ich bin gleich fertig. 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 ein privates Leben, was halt dann so durchscheint es hat sich halt auch viel verändert oh shit man kann das richtig gut mir ansehen am Anfang ging es mir wirklich nicht gut wo ich hier angefangen habe zu streamen das hört man mir auch an wo ich mir das so langsam gezeigt habe da ging es mir wieder einiges besser stream hat mir übelst also in dieser Hinsicht hat es mir richtig gut geholfen warte ich mach mit dem Mikrofon ein bisschen näher also jetzt no joke vor allem Harman und eben Dude Sack Soul Soul Schottie vor allem die ganzen OGs sag ich jetzt die eigentlich schon relativ früh dabei waren tapferer T-Beut das ist das ist das ist das ist das ist was Pepper die hou das ist das die die Sau das Also das erste Jahr war dort, wo ich mich so herangetastet habe, das zweite Jahr war, ey, sogar Paul, sogar Paul, Paul war ja übelst am Anfang dabei, ich weiß auch nicht, was aus Paul geworden ist, der war ganz, ganz am Anfang hier. Da habe ich, da habe ich No Man's Sky, ja, wir haben No Man's Sky eigentlich durchgezockt, ja, okay, nein, nicht ganz. Ich habe No Man's Sky etwa drei Jahre nicht mehr angefasst. Als ich einmal durchgezockt habe mit euch, ich hatte, ich hatte kein, ja, keine Motivation mehr, das irgendwann wieder anzufassen. Vor allem, wenn ich jetzt zurückdenke. Wir haben wirklich seit vier Jahren abendauernd immer wieder ein neues Spiel, neues Spiel, neues Spiel, neues Spiel. Ich habe mich nie festigen können auf ein Spiel, weil, ja, okay, ab und zu kam Titanfall oder halt so Battlefront, wenn ich nicht wusste, was machen. Aber generell war irgendwie immer irgendein Spiel da, wo ich gezockt habe, wo wir angeschaut haben. Borderlands war auch richtig nice. Aber ich bin in Borderlands 3 so richtig wütend geworden, das weiß ich noch. Aber ich habe es auf der schwierigsten, ja, okay, wahrscheinlich gibt es jetzt schon wieder mehr Schwierigkeitsstufen. Wir haben es damals im Alleingang in der schwierigsten Schwierigkeitsstufe gemacht, das war insane. Es schade, es ist gerade so ruhig. Dann wäre ich die ganze Zeit am Zocken. Hört man? Ja, ja, man hört mich. Ich dachte vielleicht das Mikro aus. Es ist immer so. Ich weiß noch damals, als ich das erste Mal irgendwie Just Chatting probiert habe. Am Tag waren irgendwie drei oder vier, fünf Leute da, wo wir die ganze Zeit gechattet haben. Und ich war am Zocken gleichzeitig, ich weiß nicht, welches Spiel. Und dann habe ich gesagt, ey, kommst du später noch mal online. Und wir können reden. Oh Mann, warum muss ich jetzt aufstoßen? Wie bist du, die Idee? Komm, ja, ja, machen wir später. Dann gehe ich online. Und dann war einfach niemand mehr da. Und dann dachte ich auch so. Easy, nice, easy, nice, Just Chatting. Ich war perfekt. Es ist wieder typisch, mir ist wieder Reis runtergeflogen. Ich war einfach nicht. Die Frage ist, soll ich irgendein spezielles Spiel spielen? Irgendwie Bloodborne, Jack and Dexter Wir könnten Bloodborne einen neuen Spielstand machen Ich brauche so einen Fächer Ich brauche so einen Fächer Ich brauche so einen Fächer Ich vertege hier manchmal zwei Portionen von ganzem Reis, oh mein Gott. Ja wirklich schade, ich glaube ich rauche auch noch eins. Schau schnell, hier ist das Rebellen Naka, was uns hier erklärt, ok, sind wir einfach schon hier. Und wie ich das schon von Anfang an irgendwie deuten konnte, dass es eine Gebirgskette ist, ist halt das gleiche wie hier. Hä? Was hier? Aha. Wir sind ja eigentlich auch schon langsam besser vorbereitet für sowas. Ja, ich hoffe mal, dass hier keine Probleme auftreten werden. Ja, mal schauen. Ich brauche wirklich ein Fächer. Ey, ich bin heute ins Sportgeschäft gegangen, wo ich eigentlich generell auch immer hingehe. oder früher viel hingegangen bin wegen diesem Pulver, weil ich will erstens mir das Pulver wieder. Ich glaube, das ist jetzt gut, wenn ich es auch noch in dieser Zeit zu mir nehme. Boah, ich kann nicht mehr labern. aus dem Grund, dass es halt noch Kalorien dazu gibt. Aber ich esse halt ganz normal weiter. Das ist ja nicht Nahrungsersetzung, sondern Nahrungsergänzung. Und ähm, ich bin dort reingegangen und irgendwie habe ich es schon, die Verkäuferin dachte schon so, irgendwie kenne ich die Person, aber konnte mich nicht zuordnen. Und die haben mich einfach nicht mehr erkannt. Vor allem immer, ah, du wirst, du wirst dieses Pulver. Und ich komme rein als so andere Person und kaufe genau das gleiche Produkt. Ich bin voll direkt zum Produkt, habe es genommen, wieder zur Kasse hingestellt und die, man hat es einfach im Blick gesehen. Oh Mann, ey. Aber ich finde sowas übelst funny. Oh Mann. Ja. Kommt die andere Zigarette direkt raus. Boah. Sieht man das, dass ich sweatere? Ich glaube nicht, meine Cam ist, meine Cam Quali ist zu schlecht. Auch die Playstation Cam, ich weiß nicht. Ich glaube, die hat irgendwie 720p. Jedenfalls nicht so gut. Oh, wir haben noch Fertigkeitspunkte. Ich fesse ein ganzes Magazin an Bolzen, während du bewegungsunfähig bist. Nutz alle deine momentan geladenen Bolzen, sogar wenn dein Angriff unterbrochen wird. Verbrauch deine große Menge an Waffen aus da. Ja, das glaube ich. Das klingt jetzt nicht so nötig. So, er hat Mutaufbau besser. Was hier unten? Oh. Verkampfangriffe verursachen mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Was haben wir hier? Aktiviere einen auf Alter-Technologie basierenden Spezialen Armschutz, um einen wiederaufladbaren, schadensabsorbierenden Energieschild zu erhalten. Der Schild lädt sich nach Verbrauch auch wieder auf, wenn noch Mut verhunden ist. Aber der nennt mir das gleiche wie die Typen. Boah, aber der Satz gerade. Habt ihr jetzt gesehen? Einen speziellen Armschutz, um einen wiederaufladbaren, schadensabsorbierenden Energieschild zu erhalten. Boah, Alter. Macht's doch komplizierter. Was habt ihr gestern gekauft? Das wäre cool. Sammle mehr Rohstoffe von Pflanzen. Das natürlich auch. Okay, hier ist das gleiche. Fernkampfangriff, Nahkampfangriff. Äh. Ist eigentlich auch in sein. Das wird ja dann auch schon bald voll sein. Braucht gar nicht so viel. Aber hier hat's halt das noch. Das war das Problem. Damit kann ein Seil abgefeuert werden, dass an einem beliebigen Teil des Gegners auch Rüstung hängen bleibt, ohne dabei die Waffe vollständig spannt zu müssen. Das war das Problem. Ich hab's nicht, nie, nie richtig... Äh. Äh. Also manchmal bin ich wirklich zu dumm. Was haben wir hier? Oh, dann explodieren die Schüsse. Verursache in Tarnung mehr Stoßschaden aus Distanz. Stelle Waffenausdauer wieder her und erlange zusätzlich Mut, wenn du den stillen Schlag benutzt. Verursache in Tarnung mehr Reißschaden und verbessere so die Fähigkeit, die Rüstung eines Gegners oder Maschinenteils zu entfernen. Äh. Okay, zweimal die gleiche Fähigkeit rechts und links. Okay, stiller Schlag hatte auch nicht viel hier in der Mitte. Was haben wir hier? Überbrückte Maschinen verursachen mit Element... 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 Elementangriff mehr Schaden. Okay, hier... Okay, die zwei sind sehr einfassreich. Ja, eigentlich... Let's go. Das scheint eh noch wichtiger zu sein. Okay. Ich hab fertig. Wir rauf. Tut mir leid. So. Dann gehen wir nach Steinfall. Irgendwie ist die Kerne verrutscht. Oder ich. Okay. Okay. Wird einfach überall Zeug hingelegt. Das ist... Let's go. Oh. 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 was was labert sie ja aber ich verstehe gerade nicht was sie vor sich hin geprabbelt hat mit ja ich muss paar ausschalten dass dann haben wir mehr chancen wo haben wir mehr chancen oh entschuldigung jo ist das du oh oh man kann ja natürlich auch schwulen kaufen nein mit heute das ist nicht dein ernst alter also das spiel ist sehr darauf ausgelegt zu jagen ein bisschen was boah aber es hat nicht mal rüstung sehr leid aber es hat irgendwie gar nicht wie eine außenposten als erst ausgesehen steilgebirgsgrad vielleicht kommt hier eine mission hin dann muss fast muss mein bot das macht mein bot immer ok er hat irgendwas gesucht ähm was ist das was ist das man sieht sogar stufe welche stufen abhängig dass die sind ok die spitzen kragen schreiter kann man natürlich nicht überbrücken überbrücken nicht möglich aber die anderen sind alles reitbare maschinen das ist übelst cool das verstehe ich auch warum brennen die knie wenn hier feuer krallenschreiter sind also manchmal sind manchmal sind die npcs wirklich funny ok wie schnell durch please ein jagdgebiet wo wir können ja schnell hingehen es fühlt sich gerade wieder in banuk gebiet außer dass nicht überall so blaues zeug herum herumliegt so nice ja die streitschnittsfiguren sind wirklich immer hier hat's brüllrücken boah hier könnten wir unser zeug herbekommen die sind level 18 wie die hier aussehen also wie bekommen wir das gewebe ok wenn wir das hintere teil abschießen dann bekommen wir es alles gut von den überresten eines brüllrückens ok wir müssen ihn killen aber wir müssen das teil auch abschießen damit es safe ist dass wir es bekommen ok das ist sehr gut zu wissen ähm ok das ist auch ein rollrücken boah yo das ist eine transportmaschine und du bist ein frostbrüllrücken sicher sicher gibt es auch von denen wieder tausend verschiedene varianten und die das so gemacht dass man nicht mehr von was hat gut schaden gemacht was 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 der andere schießt direkt ja man sehr gut hat schon jetzt machen wir ihn gerade richtig kalt im wahrsten Sinne des wortes jetzt machen wir ihn gerade richtig kalt das ist pussy like warte kurz ah das sind säurebrüllrücken boah ich bin aber auch erst erst jetzt habe ich es gerafft für mich die grünen brüllrücken sind immer nur aber natürlich nicht das hat nicht gezählt man kann schon viel besser zielen das der andere man sieht wie ganze panzerung schaden nimmt ok säure ist schon cool dass sie überhaupt sowas eingefügt haben boah yo übertreibt vor allem sie können einfach durchlaufen sie warten sie warten sind ah es ist aber cool dass man hier die möglichkeit hat äh dude irgendwie macht er ganz komische geschossen die 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 Sind wir dann schon nicht broken bei ihm Ah, fuck Ich hab nichts gesagt Also ob Komme während dem Fliegen, das ist übelst gut Dude, chill Ja, ich hab den Brüllrücken getroffen Boah, der war gut So Zwischendetail durch Boah, yo, Alter, jetzt weiß ich warum Brüllrücken Das sieht sehr tödlich aus Boah, yo Gerade Schwachstelle aber getroffen Braucht sicher übelst viel Vor allem, er zieht so mit sich hinterher Oh Nein Ja, sehr gut Vielleicht brauchen wir das irgendwann Okay, er fängt auch schon an Bisschen zu äh Oh Bisschen zu funken geben Ich frag mich, was das dort hinten ist Was schaust du so? Noch nie einen Fight gesehen? Kommt einem wirklich so vor? Kommt einem wirklich so vor? Sehr gut Der arme Typ Haben die nicht früher irgendeine Antenne hinten gehabt? Hey, jetzt kommt der andere Typ Darf ich mal kurz durch? Ey, sehr gut Sie halten sich auf Oh fuck Bist du mad? Sorry Ich hab's nicht so gemeint Ich hab's nicht so gemeint Aber ich sollte ein bisschen leiser sein Nach 10 Uhr Und in der Schweiz heißt nach 10 Uhr Genickbruch Wenn man Das ist so übertrieben Tut mir leid, wenn die dumme dumme Lowjokes einfallen Ja, geh rein Direkt Klebrig Stuff Was labert wieder für Bullshit? Oh Ja man, sehr gut Aber irgendwie, irgendwie will er es nicht droppen, hm? Hm? Wär das nicht droppen, hm? Tut mir leid, ich Irgendwas ist gerade passiert Das heißt, er hat mich glücklich gemacht Cool So, Feuer auf die Schwachstelle Boom Sehr gut Das war knapp, Leute Das war knapp, Leute Aggressionstherapie wär ja auch gut Ey Was up? Scheiße Das wär ein guter Move gewesen, no joke Das wär Was macht er jetzt? Weißt du, das ist die krasseste Attacke Oh 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 Ich kann mal einfach rein klacken Ist das dein Ernst? Sehr gut Oh Oh, okay Jetzt sieht's aber auch gut aus für uns Wahrscheinlich wäre das irgendeine krasse Attacke gewesen Ah Ah Ah, das wirklich unten ist das Cargo Aber, also jetzt no joke So ein Gürteltier Als Cargo Ist übelst effektiv Wenn, wenn ihr mich fragt Oh, ich hab hinten Irgendeine Schwachstelle getroffen Oh fuck Oh dude, was geht? Eigentlich wollen wir nur das Bröllröckenszeug Was mit dem Wollen wir die Pfeile bleiben, das ist auch cool Richtig cool Es ist nicht dein Ernst Okay Bröllröcken ist kaputt Wie es auch ganz langsam so zu uns kommt Ja Ah man So kann man wirklich Das ist aber übelst cool Man kann die Schwachstelle während dem Rollen noch gut treffen Ah, er heizt sich auf Oh shit Bullshit Ja man Er hat auch doch nicht mehr so viel Hier Ich weiß gar nicht was wir gerade kaputt gemacht haben bei ihm Sind das Energiezahlen? Nein Nein, ich glaube es ist Löschwasser Oder Krio? Ja, es ist Löschwasser Oh Oh, humpelt Irgendwas Irgendwas noch der Eisbröllröcken Der hat sich richtig aus dem Staub gemacht Der hat sie hier einfach richtig alleine gelassen Ganz ruhig Er kann es nicht mehr machen Doch Das war ein Schwachstellen Treffer auch Auch noch Ich weiß nicht wo Ich weiß nicht was für eine Schwachstelle dort ist Hä? Was ist das dort für eine Schwachstelle? Ah das ist wahrscheinlich der Kleber Da Irgendwie die Klebdrüsen Boah, jo Ey, wie viel das das gerade war Boah, jung Habe ich jetzt vom Bröllröcken Das wird schon bekommen So So Jetzt machen wir Jetzt machen wir ihm den Richtigen Gas Und hinten ist noch einer Ja Ey, das ist ja nicht der Ist Wo ist das denn? Ah Das ist mein Dornrücken Wie gesagt könnte doch gefährlich sein Wieder andere aber auch Jetzt Neujog Uns noch attackieren wollte Ein paar Schläge Puh, der war aber auch wieder aimbot Sein Vater Ach komm jetzt Ach komm jetzt Huh Genau Voll und tot Huh Nein Ich hab nicht Ich hab drauf gedrückt aber es hat nicht gezählt Scheiße Mein Dornrücken bis da oben einfach schön Das macht BOOM Ach komm Ach gut Ein bisschen Rückstoß Oh Das wird gleich nochmal explodieren Oh 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 geht der andere will sich anschleißen die zwischen wo er wie lange es ist die aushaltes sind sein er hat nicht mal viel hier geblieben diese auch immer simulieren genau das habe ich gemeint das habe ich genau gemeint ja noch der letzte der letzte im moment wo sie sich noch wehren wollen beide haben wir jetzt das beutegewebe also das mit dem beutegewebe das stimmt irgendwie nicht ganz da muss man einfach fucking glück haben bitte bitte im beutegewebe das ist nicht dein ernst dann muss man es dran lassen anders kann ich mir nicht vorstellen sonst hätten wir es schon längstens bekommen ich gehe ja direkt drauf aber dort hinten blitzt noch irgendwas herum ich gehe mir dort dort nach stein fahr aber ich will das blitzzeug als er es noch anschauen was ist das das ist wieder vom dornrücken mann das ist mit dem falsch einfach also es ist gut wie bekommt die ganze zeit stuff aber trotzdem ist verwert ein vielleicht hat sie auch bessere waffen tut er verunstaltet alles jetzt gerade alles geklirrt haben den haben wir schon den anderen auch den konnte man schon so früh eigentlich kaufen aber der plasma bolzenschießer das klingt natürlich übelst cool ja ok bolzenschießer haben wir bis jetzt noch nicht denn noch gut wenn wir einen hätten aber wir haben jetzt gerade die linze nicht was mit dir schön dich wieder zu sehen willkommen im jagdgebiet moment du warst doch im reinklang wieso bist du wieder in tenaggebiet ich heiße ibina ich verwalte das gelände ich halte es in schuss für das maschinentraining ganz gleich ob unsere soldaten es nutzen oder unsere utaru nachkommen so wie bei den kajau ah ja wir haben gehört dass diese feiglinge das konzept der jagdgebiete als hirrus ausgeben aber unsere soldaten haben schon vor dem kajau in solchen auftreten jede wette an unsere prüfungen würden sich die kajau nie im lieben dran wagen für eine geschickte jägerin wie dich wären sie eine herausforderung eine sehr lohnende verstehe die prüfungen und erhalte schrei dafür bekommst du wiederum medaillen relikte unseres sieges gegen die kajau während der roten raubzüge geh mit den medaillen zur arena im heim unserer hauptstadt und hüter dort geben wir dafür die besten waffen und ausrüstungsgegenstelle die unser stand zu machen hat ich werde dran wägen ich sollte auch unsere schnitzerin erwähnen sie schnitzen figuren für ein beliebtes spielband schien im jagdgebiet inspirieren sie dazu du meinst streit du kennst das dann solltest du dir ihre wahren ansehen für die richtigen ressourcen haben schnitzer immer am körper gewinnen ich sollte jetzt los weitere gebiete inspirieren wie der dornrücken im hintergrund sein leben chillt geh mit den zehn also der kult hier ist ganz strange geh mit den zehn also der kult hier ist ganz strange wir können sie immer noch nicht verbessern wahrscheinlich geben die auch nicht loot oder nicht richtigen loot doch ich habe ja dings bekommen ich habe diesen legendären das legendäre item bekommen wo ist die schnitzerin da bin ich blind bin ich blind habe ich gar nicht gesehen ich habe irgendwie das gefühl versänger kommen hier schon ok warte noch speichern das hat jetzt gerade wirklich feeling von norragebiet oder banuk das sind sehr Nord Nordtenakt wie überall hier was liegt ist das alles von unserem warum ist die mission also das war so schön steuern kann für dich cool wie wer greift jetzt an ich checke manchmal lieber alles doppelt ab wir sind es schon elf die stunde ist richtig schnell also ja ok es ist noch nicht ganze stunde aber es ist richtig schnell gerade durchgegangen oh da ist schon einer Jungs und da Warte das ist die festung soll es nicht größer sein Warte das ist die festung soll es nicht größer sein warte das ist die festung das ist nicht größer sein Hier unten ran ist ein Item Hier hat es schon Neue Waffen Glaube ich Wir müssen irgendwann Überall durchgehen Balkstoß, Stachelwerfer Ein explosives und ist normal Und hier Hammerstoß, Bolzenschießer Diese Waffe feuert Bolzen in Feuerstößen ab Und ist eine Besonderheit der Erfindung der Oseram Sie kann verbessert werden, um explosive Bolzen zu feuern Und eine höhere Chance auf kritische Treffer zu haben Okay, das ist cool Das ist nicht Warte Oh nein, das war der Schweif Wo ich gerade gesehen habe Oh Mann ey Jemand diese Streitsachen Ja erfahren Wir machten das Gegenende, Leute Ich wollte es gleichzeitig machen Aber dann habe ich bemerkt Wie ressourcenlastig eigentlich das Spiel ist Hä, süß Kitty Gerade am trainieren So Ist das ein Kräuterkenner oder Ein Maler Koch Ist immer genial Wir haben ja noch nie einen Koch Gesehen hier in der Gegend Hier geht es dann wieder nach unten Okay, wahrscheinlich dann hier für ins Tal Aber hätte ich nicht Äh, ich hätte jetzt gar nicht erwartet Dass hier plötzlich wieder so richtig runter geht Wahrscheinlich werden hier die Frostclaren auf uns zukommen Boah, es sieht zu gut aus Boah, es sieht zu gut aus Ähm, hello? Alle in den Planlanden wissen, was du dir nach Hause getan hast Ich helfe gerne, wenn ich kann Ich halte Auge und Ohren für die Hoffnung Hier passiert nichts, ohne dass ich davon verfahren Ah, da knick mir ein Man sagt, du bist eine gute Kämpferin, Freunde Aber ich frage mich, ob du dich gegen ERAIO, einem der Trainer, am Bollwerk behaupten kannst Ich kann mich durchsetzen, aber Es gibt immer etwas zu lernen Schön gesagt Such ihn, wenn du kannst Mach ich vielleicht Das Bollwerk Das ist nicht irgendwo auch ein Club Sicher hier Ja, okay Vor allem, wir sind jetzt eigentlich schon in der Nähe von Demeter Aber ich glaube, Demeter war zuletzt Ich glaube, Poseidon wäre als nächstes Also als erstes geht man hier hin Wo eigentlich Äther ist Und dann bemerkt man Fuck Okay, also erst hierhin und dann wieder zurück Und dann haben wir sicher Äther Wir müssen dann noch die Brutstätte Ach Hat sie über... Nein, ich glaube, es ist gar keine Brutstätte Wahrscheinlich kommen wir dann direkt zu Äther Und vielleicht haben wir dann schon mehr Funktionen Funktionen Bei Gaia ich weiß es nicht aber das prinzip ist richtig cool es Ist cool ist so ein bisschen abwechslung hat Hier ist trank kräuterkennerin Kann man hier irgendwas noch anderes kaufen nein wirklich nur dran ok rohstoffe Ich glaube ich habe das schon mal gefunden Die kräuterkennerin kann uns den stuff verkaufen ok für uns ist einfach wichtig Rohstoffe zu haben um die verkaufen zu können Wir sind jetzt händler wir sind auch sofort händler erläut händlerin erläut Wir reden jetzt noch mit ihm aber ich glaube das wäre es mal dann für dann gewesen für heute Oh Das Tag wird mit vom Regalers gewinnen Späher aus dem Dorf melden dass sie schon seit tage Maschinen hier durchbringen Welche reiten sie Andere treiben sie voran Einige zerlegen sie sogar Und holen sich um einen rum Es wäre cool wenn er ein verbesserter abend bekommt oder so Weil es wäre ja möglich eigentlich Vielleicht könnte Gaia ihm helfen oder irgendwas Steinfall vielleicht nützt es ja was Regalers Maschinen Das muss noch halten Und hier wird der Eingang zentral bewacht und beobachtet was da hinten ist schattet Vielleicht nützt es ja was Vielleicht nützt es irgendwas nützt was soll das heißen Das Beugwerk steht seit der Geburt unseres Franzfelsenfelsen festen Hinter ihm Wählt sich die Quote unverfundbar Im Herbreiter Heikalus nicht fünftrasen Und deine Freunde Und dein verstümmelter Marschall Geht nicht in Stimme Dein Häuptling sieht das offenbar anders Und aus diesen Beugungs stehe ich nur hier Rede mit hier Ähm Okay Decotten Woher weißt du dass Decote nicht auf uns wirkt? Du schlammig wunderbar Er trifft es als Ereignis aus Komm schon Mehr hast du nicht für mich? Piccaro nach kamst du vom Himmelsklan bevor du Marschall warst Ich muss wissen was du weißt Decote Das ist übelst genervt Was macht das Bauwerk so uneinnehmbar? Das ist übelst genervt Es besteht aus Felsklöcken Die jeden Frontal am Bestand hatten Keine Armee oder Maschinen ist hierhin angedrückt Nur ich allein kann dich dort hineinbringen Denn wir erfahrt es sind mit Leben Das ist wie ein Bunker Nehme ich jetzt an Egal das Maschinen Egal das Maschinen Und die zwei Phasen Und die zwei Phasen Weiß ich nichts Weiß ich nichts Es kommt noch schlimmer Wir möchten zuvor besuchen wir Wir rennen nach größeren Maschinen Oh Ich weiß nicht welche Hoffentlich können sie die nicht verkaufen Ähm Frosthorn Das muss noch heilen Du warst bei der Gesandtschaft Gleich Tut mir leid Wegen der anderen Maschinen Ihr Tod bleibt nicht unbeswert Nee Es muss noch heilen Es heilt nicht mehr Trotzdem kann ich Schäden spalten Die es verdient haben Gut Gut dass du auf meiner Seite bist Der Weg zum Bollwerk Und? Wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt die Westkirche Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalers Truppen stoßen Wir müssen auf dem Weg freikämpfen Oder uns heimlich vorbeischreichen Keins davon Einfach Ist das nie Es ist nie Es ist nie Es ist nie Es ist nie Es rennt los Leute aber ich glaube wir werden Fürs erste mal für heute hier fertig machen Ja Wir werden Wir wissen jetzt schon Das hier Wegen dem Gerücht Das hier das Bollwerk ist Es ist so Oh Mann ey Aber hier Wir müssen wahrscheinlich hier runter laufen Und dann hier so So wie ich das Spiel könne Haben wir wirklich genau tausend Scherben Achso manchmal Wir haben noch nicht viel gesehen Aber wir haben schon einige coole Orte entdeckt Hier dieser Ort Hier dieser Ort Der war für mich Der war für mich Einer von den Also er war sehr schlicht So Wiese Und halt Es ist mehr ein Tal gewesen Aber no joke Der langen Hals Übelst episch Jedes mal Aber der Donnerkiefer noch nebendran Wir sind hier einfach Wir sind hier einfach inmitten durch gegangen Und haben sogar noch hinbekommen Also dass niemand uns so richtig entdeckt hat Sonst wäre die Hölle los gewesen Der Ort war cool Hier waren wir auch lange Aber hier genauso Das Schneegebiet Umso cooler Hier Stimmt eigentlich Am Anfang hatten wir gar nicht so ein Schneegebiet Das ist ganz ungewohnt Weil das erste Spiel ist so viel Schnee Die ganze Zeit überall Schneegebiet Aber hier ist jetzt wirklich Mehrheitlich trocken Oder Dschungel Oder Wüste Und jetzt hier oben ist eher Schnee Und auch nicht Nicht viel Weil hier unten hört es schon wieder auf Ich glaube es wird nur hier so an der Kette noch So irgendwie Schneegebiet sein Weil hier unten ist dann schon Strand wieder Boah ich Ich bin so gespannt wie die Map aussieht Schade haben wir den Langhaas nicht machen können Aber die haben das sicher bewusst gemacht Sonst hätte man alles gesehen Schon von Anfang an Jetzt ist es wie ein Geheimnis Ok gut Leute Vielen Vielen Dank An alle die heute vorbeigekommen sind Bisschen gechattet haben Bisschen gelurkt haben Vor allem Ehre geht raus An Sanchez An JBox Weil ihr einfach vorbeigekommen sind Und ein bisschen gechattet habt Ehre geht raus Vielen vielen Dank an euch zwei Und ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag Abend morgen Je nachdem wenn ihr es wieder auf YouTube anschaut Ich wäre jeden Tag frühestens zum vier Nachmittags hier live auf Twitch Falls ich aber irgendwie Verspätung habe oder das Stream ausfallen würde Würde ich euch das mitteilen Auf meinem Instagram Account Den hätte ich auch überall verlinkt Unten in der Videobeschreibung oder haltet im Infobereich bei Twitch Gut Leute Das war übelst nice Hehehe So Leute man sieht sich Bis morgen Morgen ist Letzter Stream Day Und dann kommt wieder am Wochenende Gut Leute machts gut Tschüss Hehehe War jedenfalls übelst nice heute Es war kein Anschiss Und wir haben jetzt endlich die Möglichkeit überall hingehen zu können Es ist jetzt einfach Jetzt haben wir viel mehr Wege offen Vor allem wir können jetzt dann auch wieder zurück gehen Und unsere vorherige Welt Und dort dann auch wieder rum Ja Stärkere Bots besiegen Farmen gehen Falls wir hier irgendwie Probleme haben Aber ich glaube jetzt haben wir so viel Fläche und so viel Was wir erledigen können Dass wir jetzt lange Zeit Uns so rein hasten Rein brinden Farmen können Gut Ich bin mal gespannt was morgen so passiert Leute Machts gut Und bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel Bye Leute Tschüss Hehehe